Habe da... Oh, nein! Äh, Vivi, was? Ich meine, wie du von hier... Entschuldigung. Wie du von hier ins... Gucken kannst, was für Päckchen du brauchst. Bündel. Ähm... Das ging irgendwie. Vom Menü raus, ne? Ja. Hatten wir beim letzten Mal irgendwas in Auftrag gegeben? Ich weiß nicht mehr. Weil Penny ist hier... Nee, warte, das ist nicht Penny. Hier ist auf jeden Fall jemand und hämert auf unserem Hof rum. Okay, hi, Saber Rider. Deine Katze sieht aus wie meine Lust, deine orangenen Augen hat. Oh, meine echte Katze, meinst du? Okay, pass auf. Ich mache jetzt eine Ansage. Ich habe mich nur gerade verdrückt, deswegen war das ein bisschen blöd. Und, äh, Xanarani, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. So, drei, zwei, eins. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiba und spiele zusammen mit dem Shush. Endlich wieder Stardew Valley. Yay, es geht endlich weiter. Und ich habe einen Kürbis auf dem Kopf. Das Leben hat endlich wieder Sinn. Ich kann wieder angeln gehen. Und wir haben ja Herbst. Das haben wir ja jetzt tatsächlich, ne? So lange habe ich gespielt. Ja, und offenbar haben wir irgendwas gegen Ende in Arbeit gegeben, was auf unserer Farm gebaut werden soll. Hatten wir irgendwie gesagt, wir kaufen uns Kühe oder sowas? Ich weiß nicht. Hier ist auf jeden Fall extrem viel fertig. Ja. Wieso habe ich einen Kürbis auf dem Kopf? So, jetzt nicht mehr. Vielleicht wegen dem Event, was mein gesamtes Interface zum Crashen gebracht hat? Oh, ich weiß warum. Eroshiba, ich würde dir gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollten für die kommende Geisternacht gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Ghost City. Meine weiße Katze. Ja, die ist putzig, gell? Lustig, dass deine so ähnlich aussieht. Und wie heißt deine, Kalli? Heißt die auch Lilly? So, was habe ich denn jetzt überhaupt? Ich habe immer noch eine fucking Bombe bei mir. Warum? Nicht die Dorfbewohner umbringen. Sebastian und so, ne? Den Namen hast du nicht vergessen. Wie könnte ich ihn vergessen? Ich weiß auch nicht. So, mein Plan. Ich habe mir einen Plan gemacht für das Ganze hier. Wirklich? Ja, ja, ich habe Pläne, du. Dann erzähl mal. Halte die Leertaste gedrückt und erzähle. Halte die Leertaste. Also erstmal, ich werde wieder angeln gehen, weil angeln ist das Geilste. Aber vorher werde ich erstmal Geoden knacken, die ich noch bei mir liegen habe. Okay. Und dann werde ich versuchen, mir Geld zusammen zu sammeln oder auch Holz generell zu sammeln, damit ich meine Bude mal ausbauen kann. Oh ja. Und dann bete ich zu Gott, dass es in den nächsten Tagen noch regnet. Warum? Damit ich den Verlobungsring kriege. Ach, den kriegst du nur, wenn es regnet? Ja, also, soweit ich es erfahren habe, kriege ich den nur von einem Penner am Strand, wenn es regnet. Oh nein. Ja, dann schau doch den Wetterbericht. Soll ich den Wetterbericht schauen? Nein, nein, ich mache das heute Abend. Okay. So. Also, wem soll ich jetzt einen Kürbis bringen? Kürbis. Bringe Caroline. Caroline. Wer war Caroline? Keine Ahnung. Museum spenden. Wusstest du doch, dass das neu ist. Caroline. Caroline. Ah, gemischt war ein Laden. Okay. Okay, den Rest kann ich vertrauen. Bei der Abigail, die Mutter. Ach ja, stimmt ja. Das war die. Hat deine auch zwischen Augen und Ohren leichtes Haar. Wie meinst du das? Zwischen Augen und Ohren. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja fast-trappin kommen mit der Mine. Ach ja, wie geil. Da habe ich total verpennt. So. Na, da bin ich ja falsch. Da bin ich ja ganz und gar falsch. Uppala. Wie haben wir das jetzt nochmal gehabt hier? Hätten, hatten wir hier auch Bronze? Ne, Bronze war hier. Wie war das? Ja, genau. It's been a while. Aha. Oh, die Abigail, die geht heute Abend in die Kneipe, hat sie mir gerade erzählt. Falls du das wissen möchtest. Oh, ich war schon bei ihr gerade eben. Ah, okay. Und wo ist deine Mama? Ich habe einen Kürbis für sie. Holen lassen wir mal hier. Das ist mein Seetang-Snack. Wieso habe ich eine Kürbis? Black Pod. Distant Fantasy. Vielen Dank dir fürs Followern, mein Dude. Und jetzt gehen wir angeln. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Ist ein windiger Tag. Windiger Herbsttag. Es passt vor allem jetzt gerade auch so gut, ne? Ja, voll. Nur, dass es bei mir draußen noch richtig stürmt gleichzeitig. Ah, bei uns seit Tagen aber auch. Also, wir haben hier so den richtigen Herbst-Crash. Ja, gut. Weil da oben ist es ja sowieso immer ziemlich stürmisch. Oh, ja. Also, für meine Verhältnisse ist es da immer stürmisch. Wir hatten letztens noch fast 30 Grad jetzt Anfang dieser Woche. Ja. Und jetzt mittlerweile haben wir nicht mal mehr 20. Und ich muss schon wieder Pullover tragen. Echt? Nee, also, hier ist es also heute noch total heiß. Freut mich, dass Donnie mir noch so gern gezockt wird. Und Spann pur am Sonntag. Oh, ja. Ja. Also, wir mussten ja jetzt längere Zeit drauf verzichten. Aber wir haben uns da echt so drauf gefreut. Das tut mir leid. Musst du dich doch nicht für entschuldigen, um meine Güte. Du hast einen Umzug gemacht. Natürlich hast du ja nicht so viel Zeit. Ja. Oh, ich kann wieder angeln. Wie ging das nochmal? Okay, so. Ähm. Saber Rider, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Oh, das ist so schön. Wieso hat der Sam das jetzt nicht angenommen? Oder hatte ich zwei? Schadusch. Sam! Nee. Egal. Penner. Oh, geil. Müll. Warte mal. Ich wollte nochmal... Ich muss mich hier erstmal wieder akklimatisieren irgendwie. Es ist total schön, aber ich weiß gerade gar nicht, was ich eigentlich machen wollte. Okay. Mit Abby bin ich auf fester Status. Das ist gut. Das ist gut. Echt? Das ist gut. Das ist ja... Das ist ja cool, du. Ja. Was könnte ich eigentlich mit Sam hoffen, dass es regnet? Egal, ob es regnet, stürmt oder schneit. Vor allem, was sie vorhin gesagt hat, als ich hier bei ihr war. Da hat sie gemeint so, normalerweise fühle ich mich im Herbst immer einsam, aber jetzt nicht mehr. Das ist so fucking adorable. Das ist echt süß. Oh. Ach, ich habe ihm schon zwei Geschenke gegeben. Klar, wir haben ja Freitag. Habt ihr diese Woche noch gar nichts geschenkt? Ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Montag haben, weil wir ja jetzt neu anfangen. Nee, wir sind mitten in der Woche. Ja. Okay. Ich liebe es zu angeln. Es ist so toll. Vielleicht verkaufe ich das Zeug gerade einfach mal, nur den Kürbis halt nicht. Das brauche ich auch noch. Ah ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, durch Vivi gerade rausgefunden, wie wir Päckchen nachgucken können, ohne dass wir da immer zum Haus rennen müssen. Im Inventar? Ja, genau. Aber das wissen wir doch schon. Du vielleicht. Ich bin jedes Mal hingerannt, weil ich gedacht habe, vielleicht brauche ich das ja für irgendwas. Oh, wirklich? Ja, ich bin jedes Mal dahin gerannt. Und ich wusste das nicht, dass man das übers Menü checken kann. Und keiner von deinen Leuten, die dir zuschauen, hat das gesagt. Also schämt euch was. Weißt du, aber zu Anfang sagen sie mir aber, wie kannst du so spielen, so reingezoomt. Ja, ja, eben. Das sehen sie dann. Ja, eben. Das merken sie. Oh, Mann. Ja, aber fanden sie vielleicht lustig, dass du da immer rumrennen musst. Hi, hi. Hat ja nicht geschadet meistens. Aber sehr gut. Hast du eine Kartoffel? Nee. Schade. Ach, ich habe ja nur Kartoffeln am Kartoffeln. Ja, deine Gedanken sind voller Kartoffeln. Meine Gedanken sind voller Fische. Und zusammen sind wir ein ganz großer Fischteller. Stimmt, voll lecker eigentlich. Oh ja. Zudem geben wir ein gutes Gericht. Oh, that's a big one. Glaub ich schmeiß das jetzt mal in den Verkauf. Gotcha. Bisschen Geld schadet nie. Eine Super-Segurke. Oh, eine Super-Segurke. Die sieht nicht gesund aus. Gute Community, kein BSG halt. Ja, kein Backside Gaming. Ja, kein Backside Gaming. Weißt du, aber mir Nioh wirklich jeden Schritt vorkauen wollen. Ach so. Weißt du? Kein Backside Gaming, mein Arsch. Das halt nur bei Stardew Valley. Weißt du, in einem Spiel, wo es um nichts geht, wo dir nichts passieren kann wie in Stardew Valley. Alles chillt, alles ist cool. Null Backside Gaming. Nioh, du gehst einmal in die falsche Richtung und stirbst. Die gesamte Welt fängt an mit Backside Gaming. Oh Mann. This is life. So ist das halt, gell? Oh, ich weiß, ich könnte die Mine benutzen, aber ich möchte gerade nochmal... Traurig, traurig. Ich möchte das mal wieder genießen, hier zu sein. Ja, ich auch. Abby. Aber irgendwie ist es schon spät. Wir haben schon den ersten Tag rum. Ich hab nur leider gar nichts... Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß ganz genau, dass Abby keine Super-Segurke mag. Oh. Ach nee, ich geh dann aber auch zurück. Sebastian. Krass, wie es da draußen alles durch die Gegend haut. Am nächsten Tag geht's... Oh, das bist ja du. Ja, hi. Wo gehst du denn hin? Schlafen? Na, ich geh schon mal zur Dings zurück. Wir haben ja ein Beet. Das sollte man vielleicht noch gießen. Alles vergessen, hey. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Äh, organisieren? Speisekammer, Aquarium. Muss ich... Das macht's mir jetzt um so vieles leichter, ne? Ich kann in der Mine sterben. Ich weiß. Ich weiß. Was war das? Eine Sardine? Die hab ich. Ich brauch einen Riffbarsch. Genau, das war das. Hier baut die was. Was baut die denn da? Ich glaube, wir wollten uns Kühe zulegen, wenn ich mich nicht irre. Ich hab auch an Kühe gedacht. Also, dann wird's wohl stimmen. Gut, also ich brauch die Supersee-Gurke für nichts wirklich. Gut, dann verticke ich den. Ah, okay. Also, die werden alle schon automatisch gegossen. Stimmt. Aber ernten muss ich. So. Brauchst du sonst Hilfe beim Gießen? Nee, nee. Das geht automatisch. Okay. Dann Bett? Ja, hier unten ist, glaube ich, Honig. Ah, ja. Oder so. Wir haben Bienen? Ja. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Ah! Ich hole nochmal kurz die Pilze aus unserer Höhle. Nicht in der Nähe von meinem Haus oder so, hast du gesagt. Wer will schon in der Nähe von Bienen leben? Ein Imker? Ein Imker. Das sind auch merkwürdige Menschen. So, ich hab den Honig verkauft und den Mais. Das mit dem Stern behalte ich. Ich glaub, das brauchen wir. Und die Eier behalte ich auch noch. Da machen wir Mayonnaise. So. Aber jetzt geh ich erst mal schlafen. Gute Idee. Kaum Energieverbrauch diesen Tag. Hm, gar nicht bei mir. Ah, Katze. Na, ich war ja ein bisschen angeln. Hab ne super Seegurk. Ja. Wer im Beruf aus? Sammlerstufe 5. Förster. Ah, da hab ich doch Sammler genommen. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Also, ich hatte Sammler genommen. Holz ist 50% mehr wert. Ja, aber ich verkaufe ja Holz nicht. Daraus bauen wir Zeug. Ja. Ich glaub, ich nehm auch Sammler. Das ist, glaub ich, echt schlauer. Das war unser Gedanke letztes Mal. Weil wir verkaufen Holz ja nicht. Wir haben ja keine Holzfarben. Wir haben ja gar nicht so viel. Ja. Das brauchen wir eigentlich eher wirklich. Man muss jetzt erst mal wieder reinkommen in das Ganze. Ja, voll. Aber... Ich guck jetzt, dass mein Wetterbericht... Ich bin schon fast drin. Wetterbericht. Willkommen bei Küsschenhögende. Wetterneuigkeiten und jetzt Wettervorhersage für morgen. Klar und sonnig. Morgen ist wieder den ganzen Tag klar und sonnig. Fuck! Brauchst du auch noch einen bestimmten Tag? Oder ist das egal? Der Tag ist egal. Ich brauch einfach nur Regen. Okay. Aber gut, wir haben noch 10 Tage. Der Monat hat noch ein paar Tage, also... Ach, muss es im Herbst sein? Ja, weil im Winter regnet's nicht. Ach, scheiße. Im Winter schneit's nur. Okay. Okay, gut. Dann geh ich meinem anderen Plan weiter nach. Oh, ich freu mich schon auf den Winter. Und bin dumm. Warte mal, ich geh nochmal zurück. Und bin dumm. Das ist Standard bei mir. Was ist das hier eigentlich? Herbstfülle. Wo hab ich das her? Okay, also da unten passiert auf jeden Fall etwas. Passieren Dinge. Ich glaub, ich hab aber... Hab ich noch Amethysten gehabt? Nee, ne? Nö. Ich hab aber Quarz. Ich hab Gras für die Hühnchen. Weißt du, wir haben alles möglich... Ich hab Gras für die Hühnchen gekauft. Das ist hier drin, bei den Hühnchen. Eisenherz. Ja, aber ich weiß, meine angebetete mag Quarz. Also geb ich hier erst mal Quarz. Wer ist sie? Sie hat ihre Vorlieben. Ich hab meine, ja? Sie sagt nix, dass ich am Abend nach Fisch stinke. Ich sag nix gegen ihre Quarz-Liebhaberei. Aber ihr habt schon recht. So langsam müsste ich wieder nachkaufen. Aber ich hab hier... Liegt noch Heu. Ich muss auch mal gucken. Weil ich würde halt, wie gesagt, liebend gern mein Haus auch mal ausbauen. Da brauchen wir ja auch Holz dann für. Ja, stimmt. Ich glaub, ich werd morgen da mal zusehen, dass ich... ...ein bisschen... ...nochmal den Wald durchforste. Oder generell mich ein bisschen... Oh ja, da helf ich dir gern. Das macht mir auch immer Spaß. Da nötig Kohle, nicht Eier. Oh, ich wollte die Eier gerade in... Hm, okay. Sam, was willst du hier unten? Was willst du bei einem Angler? Der Sam? Ja, der waggert bei mir unten am See. Hm. Vielleicht angelt der auch? Ist ja so ein Fischerdorf. Ich hatte gern grüne Alge. Och, Pierre. Sag, don't talk anymore. Dann hab ich mich verguckt. Ja, macht nix. Kein Problem. Bitte bei mir nie wieder... Du wolltest... Das ist doch grüne Alge, oder? Das ist Seetan. Ups. Äh, brauche Kupferbahnen für ein Experiment. Moment. Somit hab ich's mir direkt wieder bei meinem Spiegervater verscherzt. Wunderbar. Was hast du gemacht? Ich hab ihm Seetang anstatt... Äh... Ja, Alge gegeben. Musst du dich mit dem auch gut stellen. Da ist sie. Oh, der Kürbis. Das ist ja ein gutes Exemplar. Abigail wird so glücklich sein, wenn sie ihn sieht. Danke, Eroshiva. Ja, sie mag Kürbisse. Ja, ich sollte ihr auch einen bringen. Was mochte Caroline noch mal? Kürbisse. Auch? Ja, der sollte ich grad einen Kürbis geben. Hm. Ach, die Abigail mag auch Kürbisse, oder wie? Ich meine... Ah. Ich meine mal... Der war ja auch für die Abigail. Also die Mutter wollte einen für die Abigail haben. Weil ich meine mal, dass sie mir gesagt hat, ich soll ihr eins zurücklegen, wenn wir welche anpflanzen. Ah. Ich werde einmal kurz meine Sandkörbe durchforsten. Und ich glaub, dann geh ich heute schon auf Holzsuche. Ich hab meine Axt, glaub ich, dabei. Ja, hab ich. Ich muss echt aufhören, diese Bombe mit mir rumzuschleppen. Irgendwann bringe ich noch irgendwen um und dann müssen wir das Land verlassen. Ja, wahrscheinlich. Da ist doch eh Krieg. Ach ja. Wir haben den Subplot ja ganz vergessen, den es hier gibt. Mhm. Oh, ich dachte grad, hier ist irgendwie eine Höhle. Okay. Ach so. Ach, du bist ja auch hier. Ja, aber ich möchte ja nicht, dass die... dass die Dings sinkt. Die Dings? Ja, die Leiste. Ich meine, ich hab gelesen, man kann sich mit Leuten auch verscherzen. deswegen... Und Quarz ist jetzt... Meine Güte, Quarz krieg ich nach zwei Minuten in der Mine. Ah. Also Quarz krieg ich nur wirklich easy. Easy peasy. Oh, der Stenker. Hör, hör auf, hörst du mich. Ich möchte alleine sein. Hm. Hat die hier... Warte mal, wessen Haus ist das? Von Lea. Die hat offenbar sogar... einen kleinen Kürbis. in dem Fenster. Kann ich hier nicht? Ähm... Willst du ein Spiegelei? Nö, danke. Ich bin bedient. Okay. Ah, hier ist ein Baum. Ich will mal wieder was kochen. Baumfeld! Das höre ich ja bis hierher. So, ich kaufe jetzt trotzdem ein bisschen Heu. Mhm. Ach, das ist ein großer Antimateriebaum. Den kann ich nicht fällen. Der wächst gerade. Bevor ich dann nochmal gehen muss. Wir haben es ja gerade. Okay. Wie war das nochmal von... Hetzgerät. Man muss, glaube ich... Musste man Eicheln oder so pflanzen, damit da Bäume wachsen? Ja, ich glaube schon. Ah ja, stimmt, aber man... Stimmt, wir wollten ja noch so einen kleinen Wald anlegen. Aber man braucht eine richtige Position dafür. Das war das. Ja. So, gießt das Zeug jetzt alles automatisch oder nicht? Ja, aber hier nicht. Weil das noch der alte Sprinkler ist. Ah. Ich verstehe, was ich da gemacht habe. Das ist gut. Da muss ich vorher einmal... Das geht nicht. Ja, für den Winter etwas Heu. Das ist wirklich gut. Ich fälle erst mal alles, was ich hier noch so finden kann. Okay. Bäume außerhalb der Farm wachsen von selbst wieder nach. Bauen also keine Sa... Ach so. Also nur wenn ich auf meiner Farm quasi Bäume haben will, muss ich die selber pflanzen. Aha. Glaubt, haben wir noch irgendwo auf der Farm Platz? Irgendwo wollten wir hier was anlegen. Weil jetzt hier im Wald können wir ja nicht. Ich rode jetzt einfach den Wald mal so weit ich kann. Okay. Weil hier sind gerade einige Bäume. Oh, ich habe das Hühnchen gegossen. Du hast das Hühnchen gegossen. Hier ist nicht eins unserer Hühnchen, Darknet. Köder? Ach so, die sind von dir. Ja, stimmt. Ich habe bestimmt. Ich habe bestimmt das Darknet gegossen. Ja. Stimmt. Ich habe dir deine Köder in deine Kiste gelegt, weil ich sie aus Versehen genommen habe. Blaue Müt... What the fuck? Wir können uns halt ja auch... Das habe ich ganz vergessen. Hier ist ja dieser Mützenhändler. Ja. Oder Hütehändler. Nachher geht es dir wie mir und deine Tiere sind langsam am Verhungern. Oh nein, das will ich nicht. Wir sollen nicht verhungern, die Arme. Das ist ungesund. Das ist, ja. Das ist ungesund. Das stimmt. Oh, warte. Ich verkaufe noch ein paar Sachen. Oh, äh. Weil nur nicht ins Wasser. Nein, ja, nicht ins Wasser. Danke. Ah, Mann, Sirup. Okay. Was brauche ich alles für ein Bündel? Ein Bundle. Ich habe Bundle. Ja, mei. Das ist aber ein schöner Baum. Kurz als Bundle. Der fällt bestimmt auch gut. Klingt wie so eine Beleidigung. Ich bin so ein richtiger Waldschrat. Ja, genau so. Du bist aber ein schöner Baum. Schauen wir mal, wie schön du bist, wenn du fällst. Weißt du nur noch... Wow, Alter, wie... What the fuck? Ach, okay, passt. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sicher danach. Ah, cool. Ach, dann weiß ich doch, was ich... Hier, weil... Wo hast du die denn... In der Nähe vom... Vom Kanal. Da ist die. Da lag die einfach. Ah, okay. Gut, dann werde ich morgen wo mal Robin aufsuchen müssen. Robin. 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 Dann kann ich da hingehen und sagen, I got something for ya. Radierbare Kugelschreiber? Ja, das wusste ich, dass es das gibt. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Wusstet ihr eigentlich, dass man Brot einfrieren kann? Oh, shit. Ich glaube, die paar Bäume hier schaffe ich noch. Dann habe ich... Alter, ich habe eine Menge Holz heute gesammelt. Wie viel kriege ich... Wie viel braucht man nochmal, um sich ein... Sein Haus aufzuwerten? Viel. Ja, ne? Irgendwie... 20.000? Nee, 2.000? Ich weiß nicht mehr. Nee, ich meine an Holz. Viel, 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 viel Holz. Ja. 20.000 Holz? Nicht? Ich weiss nur noch, dass es ganz viel war. Ich gehe der Sache morgen mal auf den Grund. Okay. Ich muss sowieso Robin aufsuchen, also kann ich mich direkt mal ein bisschen umschauen. Bestimmt 20.000. 20.000 Holz, ja. Mhm. Mit Sicherheit. Ja. Da brauchst du noch ein bisschen. Ja, vielleicht 2.000. Oder 5.000 oder so. Melone oder Pastinake? Wasserkanalwitz muss ja genug sein. Museum spenden. Ah, haben wir schon gefragt, wie man da rankommt. Ich mache noch ein bisschen Marmelade. So. Ich begebe mich jetzt mal langsam Richtung Heimat. Marmelalalalade. Hier ist noch ein Baum, aber wenn ich den fälle, der wird bestimmt ins Wasser plumpsen. Deswegen lasse ich den da mal. Dann gehe ich jetzt ins Bett, aber ich bin noch fit. Ich nicht. Ich will noch gar nicht schlafen. Ich bin so richtig ausgelaugt. Meine ersten zwei Tage hier auf der Farm waren erstmal ganz gemütlich zum Reinkommen. Ich sitze erstmal bei uns wieder ein paar Setzlinge. Fälle ich halt auch noch einen Baum. Ich wollte gerade sagen. Oh, hier unten haben wir auch noch Bäume. Sehr schön. Kann ich ja morgen direkt nochmal rangehen. Da oben wächst gerade einer. Also irgendwo hier hatten wir einen Plan, wo wir ein paar Bäume pflanzen wollten, aber ich weiß gerade nicht mehr wo. Ich glaube hier nach unten, ja. Also ich baller jetzt immer so da und wo ein paar Samen einfach mal hin. In der Hoffnung, dass da was funktioniert. Ja, ich glaube schon, dass es da war. Aber wir müssen ein paar Fackeln stecken. Ich sehe gar nichts. Hey, da hat's. Ich fall noch hin. Was ist das denn? Die Tage gehen zu schnell zu Ende im Spiel. Ahornsamen. Finde ich auch. Ich habe Ahornsamen. Hm, dann kannst du einen Ahornbaum pflanzen. Jetzt habe ich 300 Holz. Holzi, holzi, holz. Den Rest gucken wir morgen mal. 20.000. 300 an einem Tag. So, jetzt muss ich Mission heute Robin suchen. Äh, oh, du hast doch ein bisschen geangelt sogar. Cool. Ja, das waren eigentlich die aus meinem Korb. Ah. So, auf, auf ans Werk. Okay. Also, was willst du die Robin suchen? Also, ich gehe Robin suchen. Wir haben erstmal Post. Oh, Post. Äh, gibt nichts Besseres, als ein frisches Gemüse aus dem eigenen Garten zu kochen. Ja, aber ein Rezept beigelegt, der hilft. Pass auf dich auf, Caroline. Was ist die Narkensuppe? Jetzt haben wir Post die Narkensuppe. Oh, haben wir bekommen? Ja, ist im Brief. Ich habe keinen Brief bekommen. Hm? Aber ich kann was kochen. Vielleicht. Vielleicht hast du das Rezept schon. Vielleicht, ja. Äh, Königin der Soßen. Was gibt es denn heute? Vor allem muss ich gleich erstmal gucken, wer Robin nochmal war. Glasierte Süßkartoffeln. Hallo. Wer von euch hüten war Robin? Lecker. Ach, die. Die bei uns auf dem Hof rumkloppt. Kann ich denn jetzt überhaupt mit der reden? Ist die noch da? Ich weiß nicht. Und wenn ja, ich meine, die ist ja gerade umzingelt von dem Zaun. Routine. Ja, wir hatten dann schon eine Routine. Wir müssen nur erstmal wieder reinkommen. Äh. Ich, ich vor allem. Muss erstmal meine Routine wieder finden. Ja, ich auch so ein bisschen. Aber es geht. Nein, die Pastinakensuppe war doch nicht im Brief. Da war das Rezept drin. Da hat jemand Suppe wieder Brief verschickt. Ja. Iiii. Bitte nicht. Ups. Süßkartoffel und Zucker. Okay. Zucker müsste ich halt kaufen, ne? Sugar, sugar. Dö, 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 dö. Oh, honey, honey. Wo war jetzt eigentlich die, äh, die Schreinerei, wo man das machen kann? So, wo man, äh, ganz oben, wenn du Richtung Mine gehst. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ach, hast du einen Kupferbarn? Der Zauberer will einen haben. Äh, ist denn einer der Truhen? Okay, dann schau ich gleich. Da ist noch genügend Kupf, Kupfen. Kupfi. Ich brauche Zucker zum, zum Kochen. Hat der Zucker? Ja. Hat du Zucker? Hat, hat du Zucker? Und ein bisschen Mehl. Ich will mal ein bisschen richtig kochen hier, so. Jetzt geht's hier ab. Sieht lecker aus. Ich hab einfach Quarz über, ja? Don't, don't question me. Quarz ist jetzt nicht unbedingt, äh, Legendary Loot. Oh, sieht das nicht aus. Quarz, nicht? Ist auch immer nett, wenn dir Robin 50 Stücke Holz per Brief verschickt. Wieso stell ich mir gerade so ein dickes Paket vor? Ja. Kriegst du nicht mal hoch? Adresse von Shivas Packstation aufschreibt. Nein! Naja, dann liegt sie in der Packstation. Ist egal. Muss ich ja nicht abholen. Ich hasse Kartoffeln. Was? Wie kann man Kartoffeln hassen? Das ist ja... Ach, hier, Robin. Hey. I found your Axe. Hey, du hast meine Axe gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast schon den Zeh anderen ausge... Mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Okay. Mädel, was machst du? Vielleicht geht es jetzt schneller voran. Äh... Ein Zug! Ein Zug! 10.000 Gold, 450 Stücke Holz. 10.000 Gold, also... Ah, okay. Das geht ja. Das geht eigentlich. Ich habe jetzt... Ich bräuchte noch 100 Holz. Holz kostet 10 das Stück. Das heißt, 100... Wärst du dich okay, wenn ich bei mir ein bisschen Geld ausgebe? Doch, klar. So, warte mal. Muss ich jetzt echt... Kann ich nicht mehrfach... Ich habe ja auch gerade Zucker und Mehl gekauft zum Kochen. Das kann jetzt dauern, Kinder. Ah, ein Zug. Ah. Hier ist der kaputt. Kann man den da aufsprengen? Bring mal den Zug hier. Sollte... Bist du wahnsinnig? Da fallen die Dinge runter. Was machst du? Ich renne eben den Zug her. Äh, ich kann dein Haus vergrößern und deine Küche hinzufügen. Würde ich 10.000 G haben wir kosten und du musst mir 450 Stücke Holz liefern. Habe ich auch. Bist du interessiert? Yes. Danke dir. Ich werde morgen anfangen. Sollte ungefähr drei Tage fertig sein. Yes, ich kriege eine Küche. Cool. So, damit habe ich mal... Der Zug hat Zeug verloren. Ich komme jetzt auch mal da hoch. Ich will jetzt den Zug sehen. Jetzt ist er weg. Oh. Aber hier sind jetzt überall noch Bäume. Also... Eigentlich muss ich keine Bäume mehr fällen. Wir sind clean, was das angeht. Unter der Woche in der Schule twitschern funktioniert doch nicht wie gedacht. Dieses Jahr ist man etwas anspruchsvoller wie die letzten. Ja. Aber warum Holz kaufen, wenn du Bäume töten kannst? Warum soll ich denn... Ja klar, ich hätte jetzt auch hier noch ein paar Bäume holzen können in der Nähe, aber... Ey, da lasse ich den für 100 Gold. Ach komm. Das habe ich hier mit zwei Fischen wieder drin. Also das ist jetzt nur... Vor allem hast du da ja Taxilo gar keinen Ton, oder? Hm? Ähm... Weil Taxilo unter der Woche in der Schule twitschern wollte. Und ich mir denke, dann hat man doch gar keinen Ton. Long. Zwerchfels. Oder warte, ich gehe mal in die... Ich gehe da mal in die Höhle und gehe da angeln. Da war ja auch Wasser. Muss nur rauskriegen nochmal, wo das war. So viele Möglichkeiten. Kling. Wir haben ja sogar noch Geld. Ja, eben, also... Das geht ja echt. Wir sind gut beim Laufen, muss ich sagen. Ja. So. Ich mache... Ich koche jetzt was, okay? Okay. Ich koche glasierte Süßkartoffeln. Wo war jetzt dieser See? Unter Wasser. Ah, hier. Äh, Marillengamer. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Moin, moin. Hm, Marillen. Ich mag nur Kartoffelbrei, aber normale Kartoffeln nicht. Ach, Leute, stellt es euch nicht an. Kartoffeln sind lecker. Haust du ordentlich Salz drauf, machst du dir einen Quark dazu. Passt. Passt. Aber passt ja. Ich habe ja auch nur Kartoffeln im Kopf. Und ein Bayer bin ich auch noch. Also es ist irgendwie... Wird ja mal besser. Haut schon hin. Wird ja immer besser. Fisch. Seefelden-Höhlen-Fisch. Hm. Ein leckerer Höhlen-Fisch. Indischer Glaswälz. Das war... Wow, ich bin voll. Achso. Äh, schmeiß den Müll mal weg. Oh, guck mal. Hier wachsen ja wirklich deine Bäume. Ach, da wächst echt was? Mhm. Ich dachte, alles, was ich anfasse, geht zugrunde. Oh, nein, es funktioniert. War noch ein... Ich meine, mich irgendwie an so einen Höhlen-Seher zu erinnern zu können. Echt? Ah ja, hier ist die Hölle. Kann ich hier angeln? Kannst du? Ich kann es auf jeden Fall hier auswerfen. Mal gucken, ob ich jetzt... Ein Höhlen-Fisch. Also ich... Satan. Ich kriege aus jedem Fall Müll aus der Hölle. Aktro, moin moin. Oh, oh, das ist ja fertig. Oh, und das haben wir ganz, ganz intelligent gemacht hier. Ganz, ganz intelligent. Super, oh nein. Warum habe ich so eine Billig-Angel bei mir, wenn ich doch mal eine gute Iridium-Angel habe? Kartoffeln mit Butter und Salz. Ja, lecker. Classic. Ähm. Ja. Also was... Also das war dumm. Ich gebe es zu. Kriege ich hier echt nur Müll? Wirklich? Wir haben die... Wir haben den Kuhstall sehr, sehr, sehr blöd gemacht. Ja? Ja. Kommen wir da jetzt nicht mehr lang, oder was? Nein. Scheiße. Ich muss jetzt die... Die Wand hier abreißen. Ah, ich glaube, man kriegt hier echt nur Müll. Das ist doch doof. Okay, einmal noch. For God, Lachs. Oh, das ist ja riesig. Okay, man kriegt hier echt nur Müll. Ich glaube es euch ja schon. Kartoffeln, Es, Pommes und Kroketten. Ihr seid echt Banausen. Ich hatte aber irgendwo noch eine Mauer. Man kann den Kuhstall versetzen. Man muss dafür nur zu Robin gehen, heißt es gerade. Kann ich ihn noch drehen? Das ist nämlich eher das Problem. Weiß nicht. Ja, dann schauen wir morgen mal. Ja, komm, ich brauche schon mal ab für heute hier. Geht ja alles zum Glück relativ turbo. Ach, nee, warte. Start. Nee, start will ich doch gar nicht. Äh, Busseitestelle. Drehen geht leider nicht. Ich liebe auch Pommes und Kroketten. Ich mag alles, was man aus Kartoffeln machen kann. Ah, verständlich. Alles. Ich hab ja, ich hab ja nur Kartoffeln. Komm. Ach ja. Wir haben so viel Harz. Oh, ich wollte doch dem Zauberer noch was bringen. Das hab ich jetzt voll vergessen. Hast du dich wohl verzaubert? Jo. Verzettelt. Verzettelt, zaubert. Das ist echt so schlimm da unten. Warte mal. Wo unten? Das geht doch mit dem Kuhstall. Ja, weil ich gerade die, 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 die Wand eingerissen hab, die da war. Ach so. Man ist ja vorher gar nicht hingekommen. Äh, musste kurz weg wegen der Antrage, wenn ich da bin. Ups. So, geht die Mikro. Den Antrag mache ich ja noch gar nicht. So schnell bin ich noch gar nicht. Ich hab ja noch nicht mal den Ring. Es regnet ja einfach nicht. Das ist ja das Problem. Es regnet ja nicht. Äh. Ach. Wartet Ruhe. Und das ist ganz romantisch, im Regen den Antrag zu machen. Das wünscht sie sich. Ich mein, ich kann jetzt ja, jetzt ist es sowieso egal, weil, ne, ich hab ja alles mögliche an Optionen. Mhm. Ich mein, ich hab jetzt mein Haus, wird jetzt bald ausgebaut. Also, no stress. Jo. Oh, ich packe jetzt auch mal die Bombe weg. Ich, oh. Ich jage noch irgendwann, irgendwen, irgendwie in die Luft. Und dann wird es mir leid tun. Das hab ich gerade gemacht. Irgendwenn umgebracht? Ja, ich hab den Kopf von meinem Wackel-Dude umgehauen. Wolke ich mit Windbühnen. Der rollt jetzt hinter mir. Wolke ich mit Windbühnen. Na gut, wolke ich ist gut. Wenn ich dann Glück hab, regnet's am nächsten Tag. Ja mal. Bei den Göttern. Hilfe. Okay. Ich raue mich hin. War ein langer Tag. Ähm, ich verkaufe noch das, das, das und das, das. Und dann gehe ich auch ins Bettchen. Oh nein, warte, ist die Mayonnaise fertig? Ich hab noch nicht geguckt. Nein, aber da kann ich noch ein Ei reintun. Der kostet 5000. Ich hab noch 5000. Und ich krieg ja bis dahin, bis es jetzt mal regnet, kann ich ja wieder versuchen, an Geld zu kommen. Stimmt. Also von daher. 5000 für den Verlobungsring. Puyuyuyuy. Ja. Das ist aber schon, schon ganz schön teuer. Aber meine Güte, wir haben das Geld. Ja. Wir haben die Möglichkeiten. Wir sind hier in sehr, sehr guter Betrieb. Ja, doch. Läuft. Jetzt morgen kann ich auch wieder den ganzen Tag fischen gehen. Juhu. Selbstgemachte Mario. Ich meine, du kriegst durchs Herstellen mittlerweile ja auch ordentlich was rein. Ja, ich muss eigentlich nur die... Also eigentlich kann ich mittlerweile nur noch mich um die Viecher dann kümmern. Hm. Weil was du da alles rauskriegst nachher. Ja. Das ist windig und bewölkt. Das wird ja wohl dann noch... Ne? Adelnuss. Ja. Wartele. Ab dafür. Fischfokus. Glasaugenbarsch. Du kannst diesen Fisch an verregneten Abenden im Herbst und Winter finden. Er kann an allen Süßwasserorten gefunden werden. Hm. Müssen sowieso noch mal gucken. Windig. Wegen Fisch. Wildpflaume. Wildpflaume. Hm. Dass wir nämlich irgendwann auch mal die Dings fertig kriegen. Die, äh... Die Bündel. Mhm. Weil uns fehlt eine Kartoffel allein schon. Hast du eine Kartoffel mal gehabt? Nein. Ja, aber ich hab sie wohl nicht rein. Jetzt müssen wir auf den Frühling warten. Gott, dammit. Das haben wir alles nicht. Bündeln. Ich starb auch schon die ganze Zeit wegen den Bündeln. Weil ich hab ein paar Sachen mit Sternen, aber halt nicht die Sachen, die wir brauchen dafür. Das Aquarium ist ja so mein Ding schon fast. Das Aquarium? Ja, also die Fische halt. Ach so. Die meisten davon hab ich noch nie... Das Bündel, ja. Die meisten davon hab ich noch nie gesehen. Hm. Ozeanfische. Mir fehlt hier ein... Ein Riffdarsch. Karpfen mit Zitrone und Kräuterbutter. Karpfen gibt's immer zu Weihnachten bei uns. Stöh. Teichfische. Bislang noch nicht viel, was das angeht. Fällt mir jetzt mal so auf. Hm. Blume voll. Also entweder bin ich ein beschissener Angler oder... Glaube ich nicht. Ich glaub, das ist schwierig. Ne. Pastinaken gibt's alles wieder im Frühling. Die pflanze ich dann aber an. Dann kriegen wir das auch voll. Blaubeeren. Winter is coming. Da müssen wir sowieso gucken. Ja. Ja. Also da werd ich wahrscheinlich durch Angeln viel einnehmen müssen. Wahrscheinlich. Damit wir über den Winter kommen. Außer es ist alles zugefroren. Ja, dann hab ich ein Problem. Da muss ich Eis fischen gehen. Ja, dann haben wir halt die Viecher, ne? Also vielleicht müssen wir echt noch ein paar Kühe besorgen jetzt. Ja. Wie teuer sind die Kühe denn? Müsste ich mal gucken. Müsste ich mal gucken. Lachs. Ähm. Zwischen bringt im Vergleich mit Farbenarbeit nicht so viel. Nö, aber... Macht Spaß. So. Der? Äh. Der Stuhl hat genau... Jetzt geht's. Ne, soll jemand Sardelle? Abby. Abby will ne Sardelle. Warte, was war das nochmal? Die Maxardellen? Ich dachte, die mögen alle immer nur zwei Sachen. Mögen die mehr? Sein Läden. Irgendwann hier ein Bündel am Rand. Äh. Lohne. Ne, haben wir nicht. Oh no! Ach so, YouTube. Danke dir fürs Follown. Wupp, wupp. Robin verloren. Ach ja, stimmt ja. Da kann ich die... Ich will den dritten Rucksack. Für den Blumenkohl. Bürgermeister. Ach ja, okay. Gut, das ist schon... Kann ich damit irgendwas machen? Ach nee, das ist falsch. Äh. Okay. Wo ist mein Zaun? Nee, Leertaste macht gar nichts. Oh Gott, Abby ist so fucking... Soll ich sie da umstellen? Abby ist so fucking süß. Oh, was hat sie gesagt? Sie hat so gesagt so... Ich kann es mir schon vorstellen, irgendwann mal auf einem Hof zu leben. Und dann beim zweiten Mal ansprechen. Vielleicht wird das ja irgendwann passieren. Oh. Süß. Ja, da kommt schon was, gell? Muss regnen. Ach, wir haben Montag. Dann kann ich ja dem Sam wieder was bringen. Ha. Ha. Yes. Ja, ich glaube, ich stelle das Ding mal um. Das steht da... Naja, obwohl so geht es ja jetzt, ne? Das war halt nur hier doof, weil ich es zugemacht habe. Aber so ist es ja jetzt eigentlich okay. Macht Abby am Strand. Mach mal so, ist okay. Das kann man schon machen. Okay, wir müssen gießen. Nie tu gehst. Gießi, gießi, gießi. Okay, gut, das Buch hatten wir schon. Puh. Es ist so warm. Ja eben, also, ihr stellt euch gerade an. Dann ist das zugefroren. Als ob mich das aufhalten könnte. Dann gehst du halt Eis fischen. Ja, eben. Hornig. Schön. Oh, mein Inventar ist voll. Ich bring dem Sam mal seine Cola. Dann hab ich wieder Platz. Geh mal mit ihr angeln. Ich hab sie... Ich seh sie ja sonst so selten am Strand. Mh-mh. Sardine. Vielleicht muss ich heute einfach mal ein bisschen später angeln. Vielleicht krieg ich dann nochmal die Fische, die ich noch für die, äh, Dings brauch. Also, die mögen alle mehr als zwei Sachen. Okay, ich hatte irgendwie das so verstanden, dass die alle nur zwei Sachen mögen. Keine Ahnung. Naja, jeder mag unterschiedlich viel, mag nicht viel mehr und hast du nicht gesehen. Okay. Aber der Sam mag am liebsten Cola und Pizza. Was anderes hab ich aber auch noch nicht rausgefunden. Aber damit klappt's schon. Wo ist er denn? Also, ich hab mir auf den Wikimagen geguckt, was einige mögen. Also, deswegen weiß ich über Abby so einiges. Ah, ja, ich hab das nicht gemacht, weil ich wollte das selber rausfinden. Ja, nur dann kann's auch leider passieren, dass du Leuten was gibst, was sie hassen und dann... Ja, deswegen geb ich dem Sam immer nur die zwei Sachen und probier da nichts aus. Da kannst du's dir dann sehr schnell mit Leuten verscherzen. Das mach ich dann bei den anderen, da ist egal. Ich mein, ich weiß noch, dass ich das letzte Mal rausgekriegt hab, dass ich Leute mit der Steinschleuder treffen kann. Also... Das ist gut. Ja, ich mag dich nicht. Mach beim... Wie heißt das? Sebastian. Sebastian. Damit mach ich nicht den Castellanos. Ah. Also, ich sag dir, da wirst du noch Spaß haben. Echt? Ich dachte, ich hab jetzt das Schlimmste überstanden. Nee. Ich weiß nicht, wo bist du... Was war das Letzte, was du gemacht hattest? Ich bin, ähm, in einer brennenden Scheune gewesen. Ah, da bist du. Also, bist du schon vor Kapuzen-Kit weggerannt, der dich insta-killen kann. Mhm. Im Haus, ja. Mhm. Mhm. Das war das Schlimmste bisher für mich. Ja, nee, das ist eigentlich noch das Angenehmste. Oh, nein! Wirklich? Ja, später wirst du dir wünschen, dass es nur so ein Psychopath ist. Oh, nein. Ich hasse das, wenn, wenn... Wie bei Resident Evil 7. Wenn einer irgendwie mich im Haus verfolgt. Ich hasse das. Ich kann das... Das ist das Allerschlimmste für mich. Mhm. Noch schlimmer ist es, wenn ich keine Waffen habe und das Spiel auch nicht will, dass ich mich verteidigen kann und ich halt schleichen muss. Das ist dann aber auch guter Horror oft. Dann, dann, dann sterbe ich halt meistens einfach wirklich. Ja, ist auch wirklich so, aber ich freue mich immer, wenn ich mich verteidigen kann. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Also, sobald man eine Shotgun bei sich hat, auf einmal ist alles gut. Dann geht's, ja. Schauti hilft. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, was jetzt als nächstes kommt. Ich hab's jetzt zu lange selber nicht gespielt, aber... Ich weiß nicht, hattest du deine haarige, langarmige Freundin schon wieder gesehen? Äh, die hab ich getötet. Äh... Nicht? Und ich geb... Nee, ich geb dir einen Tipp, weil... Das Spiel ist echt ein bisschen undeutlich, was das angeht. Okay. Also, deswegen, ich werd jetzt hier mal... Obwohl ich immer sag, don't, aber Backseat Gaming, hier ist das gerade wichtig, weil... Ich saß bei der Frau damals ewig. Okay, alle, alle weghören, die das noch nicht gespielt haben. Weil... Also, du hast ja gemerkt, mit Feuer kriegst du die Frau ganz gut, ne? Ja. Ja, also. Du... Du wirst sie noch mal treffen. Das Problem ist, äh... Dann ist überall um dich herum Feuer. Ergo, du hast die Möglichkeit, sie zu bekämpfen, richtig? Ja. Das Problem ist, sie hält in dem Mal so viel mehr aus, dass es beim ersten Spieldurchlauf nahezu unmöglich ist, sie zu töten. Ach, dass man die ganze Zeit meint, dass man es falsch macht. Ja. Also, ich hab es ja... Also, so wie mir das Spiel das beigebracht hat. Das erste Mal, renn vor ihr weg. Du kannst ihr nicht schaden. Mhm. Ist ja auch richtig. Dann zeig ich dir das Spiel. Aha, Feuer! Du kannst ihr schaden, du kannst sie sogar töten. Mhm. Und dann beim dritten Mal, du kriegst Feuer, musst aber vor ihr weglaufen. Oh, nein. Du kannst gegen sie kämpfen, aber wirklich, die frisst so viel Damage. Oh, nein. Ich hab sie dann auf New Game Plus bekämpft später. Mhm. Und die hat irgendwie vier oder fünf Raketen gefressen, also... Was? Ja, die hält super viel aus. Oh, nein. Und ich hab da irgendwie noch ganz andere Sachen drauf geschossen, also die Frau ist schwer verwüstbar. Okay. Yay. Deswegen, also, renn einfach von ihr weg. Wenn du mir das sagst, ich hätte wahrscheinlich wär frustriert gewesen, weil ich alles versucht hätte und nichts geklappt hätte. Ja, weil das Spiel dir halt ja die, äh, zeigt von wegen, hier, Feuer ist Schwachpunkt. Mhm. You can kill it. Mhm. Nö. Nö, kannst du. So in dem Standpunkt nicht, weil du bist einfach nicht stark genug. Du kannst nicht genug Schaden rausdrücken dafür. Okay. Also, man kann auch weglaufen, okay. Man muss sogar, ja. Man kann und muss. Okay. Ja, aber dann danke für den Tipp. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Ja, weil ich saß da ewig im Stream. Ich saß da ewig im Stream bei der Frau. Ja, das ist so frustrierend. Ja, vor allem, du musst immer wieder von einem Checkpoint anfangen. Ja, genau. Das ist das frustrierende, was ich jetzt auch hatte wieder. Und ich wollte eigentlich schon längst aufhören, aber dann hätte ich halt alles verloren, was ich bis dahin geschafft habe schon. Mhm. Das ist immer richtig, richtig eklig, dass du halt auch nicht immer speichern kannst. Ah. Es ist nicht mal unbedingt ein Bullet Sponge. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist, das Problem ist einfach, sie hält super viel aus und ist halt trotzdem, wenn sie dir zu nahe kommt, Insta-Kill. Das kennen wir ja schon. Ja. Yay. Oh nein. Deswegen. Ich spiele einfach nicht mehr weiter. Oh, aber ich war echt fertig nach der letzten Session. Ich war fix. Ja, das Spiel kann frusten. Oh ja. Es wird ein bisschen angenehmer, sobald du... Uh, weißer Thunfisch. Nein, nein. Shushi spoilert nicht. Er hat mir nur einen Tipp gegeben. Das ist okay. Weil er kennt mich. Er weiß, ich würde wahrscheinlich dann die ganze Zeit gegen die Kämpfen. Wäre dann frustriert und dann würde ich einfach den PC ausmachen, weil es nicht geht. Weil ich habe ja gesehen, wie du gegen, an dieser einen Stelle warst mit den Aufzügen. Also, deswegen. Ja, nee, dann ist das schon gut, sowas zu wissen. Ich will immer nicht sagen, The Evil Within ist schlecht, weil es hat verdammt viele Punkte, die es richtig macht. Aber es hat auch... Ich finde es eigentlich auch richtig gut, aber es hat auch echt... Es hat eine Menge Frustfaktoren. Ja, es hat eine Menge Frustfaktoren, weil das Spiel sich immer denkt so, haha, das ist ein Insta-Kill und das ist ein Insta-Kill. Jetzt darfst du alles nochmal machen, was du gerade schon geschafft hast und da 50 Versuche nur dafür gebraucht hast. Haha, mach es nochmal. Do it again? Ich glaube, den brauche ich nicht. Hoffe. Das kann Shiva auch gut. Was denn? Frustriert sein? Ach shit, jetzt habe ich meine Körbe nicht gemacht. Für Shiva ist jedes Horrorspiel guter Horror. Haha, danke. Das Schlimme ist, Evil Within hat einen guten Horror, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, voll, voll. Also besser als Resi 7, muss ich ja mal sagen. Ja. Das stimmt. Ja, Resident Evil 7 ist ja eigentlich kein Horrorspiel. Nee. Das ist eigentlich nur Lauf weg. Das ist geskripteter Kram. Blup. 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 Oh. Hast du die Öfen benutzt? Ja. Ach so. Schlecht? Gut. Nee, alles gut. Ich wusste nur nicht so, Moment, habe ich da... Nein, nein, das war ich. Ich habe hier mal alles angemacht. Moment mal. Da drüben habe ich Aparginen eingelegt. Mir fällt jetzt gerade mal was auf. Was denn? Hat Robin nicht gesagt, sie will ab morgen anfangen, an meinem Haus zu bauen? Stimmt. Warum kommt sie nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht baut sie ja an meinem Haus. Nee, sie hätte gesagt, eine Küche einbauen, also... Okay. Haben wir noch ein anderes Haus? Wohnst du eigentlich in einem von den anderen und du hast dir nur das ausgesucht? Oh, schöner, sonniger Tag. God fucking death. Ist dir eigentlich ein anderes Haus zugeteilt? Hier unten ist noch eins, aber hier ist sie auch nicht. Okay. Jetzt nicht so, dass es heißt, ja, Multiplayer. Oh, das wäre ja blöd. Und morgen wird wieder sonnig. Ich kriege das Kotzen. Dann baut sie jetzt ein gesamtes neues Haus oder was ist los? Ich versuche das jetzt gerade erst mal rauszukriegen. Vielleicht kommt sie auch erst morgen. Hupsi sieht okay aus. Ich meine... Das freut mich. Du meinst? Es ist jetzt die Frage. Das verwirrt mich nämlich gerade so ein bisschen. Okay. Ich bin ein bisschen konfasselt. Hm. Okay, dann. Okay, ich kriege gerade so einen kleinen Rhythmus hin mit Sachen einlegen und kochen und so. Nee, das Merkwürdige ist, wir haben ja... Ich mache hier gerade voll Hausweif. Wir haben jetzt Dienstag und ich habe... Die Katze hat Durst. Vor zwei Tagen habe ich das ja in Auftrag gegeben. Und sie meinte, ich fange morgen damit an und das wird drei Tage dauern. Ach so? Und frei nimmt sie sich noch... Ach, vielleicht ist sie dann ja morgen einfach fertig. Sie ist jetzt auch nicht im Dings, also... Vielleicht habe ich keine Animation, weil es Multiplayer ist. Hatte ich eine Animation? Ja, bei dir hat sie an deinem Haus rumgeprügelt. Ach so. Okay. Deswegen bin ich gerade verwirrt. Und sie steht immer neben deinem Haus und klopft drauf rum. Ja, deswegen ja. Ach so. Keine klopfende Frau. Wie gesagt, vielleicht passiert das nicht, weil ich... Weil wir Multiplayer sind. Ja, warte mal ab, ob morgen auf einmal eine Küche da ist. Ja, also... Hoffentlich. Mal schauen. Mal abwarten. Spiel mal Survival Schieber. Forst oder so. The Forest. Aha. Wähler Maschine im Weg. Aber müsste sie denn nicht sagen, von wegen, da ist was im Weg? Ich habe ja keine Nachricht gekriegt oder so. Ach so. Und bezahlt hast du ja trotzdem, ne? Ja eben. Ich habe ja schon bezahlt und das Holz hat sie ja auch. Warte mal. Fuck. Ich meine, das wird ja wohl... Das geht ja gar nicht hier. Müsst du doch vom Platz her passen. Warte mal. So brauche ich dafür irgendwas fürs Bündel. Wollen wir hier kurz ein bisschen auf. Ich kann es ja zusammen mit Shushi Don't Starve spielen. Ah, Don't Starve ist nicht so meins. Das ist aber nicht gruselig. Das ist aber nicht gruselig, finde ich. Don't Starve ist auch nicht so meins. Ich habe das einmal jetzt gespielt und das fand ich dann doch ganz lustig, obwohl ich vorher dachte, dass mir das nicht taugen würde. Aber hängen geblieben bin ich trotzdem auch nicht, also... Also wir haben hier ein Haus, aber das gehört jemand anderem. Lieber irgendwas aus der Ego-Perspektive. Wem gehört das? Keine Ahnung. Steht nur, dass ein Paket drin, wo drin steht, gehört jemand anderem. Kann es sein, dass... Hey, die Folge gibt es sogar. Wo ich da uns Starve gespielt habe. Kann es sein, dass der Zaun ein bisschen im Weg ist vom Hühnerstall? Ja, weil dann hätte die doch nicht einfach alles eingesteckt und also dann muss sie doch sagen, hier, da ist was im Weg. Vor allem, wo ist sie? Hier steckt im Zaun fest. Ich bin gerade... Wirklich ein bisschen konfuselt. Oh, nicht konfuselt sein. Ja, aber die Frau hat mein Geld und mein Holz. Oh Gott. Die hat einfach alles genommen. Unser Geld und unser Holz. Ich komme. Ich gehe noch mal ein bisschen um. Machen wir heute ein bisschen Rundgang-Tag. Das Gewächshaus macht sie auch nicht. Die ist einfach abgehauen mit der Kohle. Ist die... Ist die noch oben in ihrem Kapuff? Also eben war sie nicht da. Okay. Aber wo ist sie dann? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt zurück und beschwere mich da. Da schlage ich jetzt krach. Das geht ja gar nicht. Ist auch nicht mal... Wo sind heute alle? Da sind auf jeden Fall Unterhosen auf dem... Okay, das will ich gar nicht wissen. Da bin ich falsch. Nein, da bin ich richtig, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe mal rein. Ah, ich bin richtig, aber sie ist nicht da. Ja, eben. Vielleicht ist sie in der Kneipe. Und wenn du dann morgen einfach vielleicht auf einmal eine Küche hast? Eher nicht schlecht, ne? Der Zauberer ist da. Ich finde immer noch, dass Minecraft eines der schlimmsten Horrorspiele am Markt ist. Was? Weil es so schlecht ist? Oder was? Oder wegen den Creepern? Ich glaube, wegen den Creepern. Ich bin das erste Mal echt erschrocken, als ich einen gesehen habe. Kommt der her. Okay, da läuft der Fernseher und dann ist es gar keiner da. Ich glaube ja, der Zauberer hat schlicht und ergreifend Leute verschwinden lassen. Ich habe ihm seine Bahnen vergessen zu bringen. Ich habe leider gerade keinen bei mir. Er will auch keinen mehr. Ach so. Aber die Pam will immer noch ein Bier haben. Die will dauerhaft Bier. Ich glaube auch. Das ist merkwürdig. Der fragt mich, ob ich was trinken will und dann verkauft er mir nichts. Also wirklich. Wo ist sie? Ich mag die Pam. Ich glaube ja wirklich, dass sie an meinem Haus arbeitet, nur dass es irgendwie nicht angezeigt wird. Ja, hoffentlich. Ein Zug! Hui! Hoch! Ich glaube nicht, dass ich da so schnell noch hinkomme. Schaffst du schon. Vielleicht würde ich das auch gerne mal sehen, wie da ein Zug ist. Das ist cool. Ah, ich habe mich verlaufen. Dauert halt nur Stunden, bis ich mal da ankomme. Okay, es existieren noch Menschen in dieser Stadt. Auf jeden Fall die Kinder. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Gruselig. Nur noch die Kinder existieren und wir und der Zauberer. fällt. Das ist ja wie bei Kinder des Zorns. Ach, und hier ist noch Maru. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den Zug noch erwische. Ich bin jetzt schon fast da. Ja, ich habe ihn. Joja. Ein Joja-Zug ist das. Lass ihn hijacken. Der sieht aber nicht schön aus. Der andere war schöner. Komm, wir hijacken jetzt den Joja-Zug. Aber jetzt ist er gleich weg. Nein. Ich habe nochmal mit der Axt drauf gehauen. Vielleicht hat es das gebracht. Bei mir ist keiner mehr. Ja. Ich habe auch nur noch das Hinterteil gehabt. What? Vom Zug. Ähm. Ich mag jetzt nicht, wenn plötzlich Mobs hinter einem stehen und plötzlich Geräusche machen oder mich anhitten, wenn es lange Zeit einfach nur dunkel und leise war. Ja, okay. Ja, gut. Ich habe nie, nie wirklich Minecraft gespielt. Deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich bin ein bisschen, das ist verwirrend hier jetzt. Was? Mit Robin. Ja, voll. Aber warten wir es einfach mal, oder? Ja, müssen wir ja. Ich meine, sie hat unser Geld und unser Holz. Ich meine, die wird ja wohl nicht mit 450 Holz und fucking 10k Gold abgehauen sein. Nach dem Motto hoffen wir es einfach mal. Black Assassiner, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Hey, danke dir und schön, dass du es mal geschafft hast. Ja, stimmt. Wenn ich am Sonntag streame, kannst du auch mal wieder zugucken, ne? Ulbash. Sehr witzig. Es sind über 550 Millionen Waffen weltweit im Umlauf. Das macht eine Waffe für jede zwölfte Person. Die wichtigste Frage ist, wie bewaffnen wir die anderen elf? Okay. Okay. Du musst zum Zug. Also dann, ciao, Taxilo. Ich habe den Zug wieder nicht mehr erwischt gerade. Skelettschwanz? Was? Ich habe zwei Skelettschwänze. Urgh. Warum? Ich habe die aus einer Truhe gezogen. Ich bin genauso verwirrt. Leg sie wieder zurück. Die sollen angeblich zugunter. Ich gehe da also morgen mal hin. Na gut. Aber die würde ich nicht mit ins Bett nehmen. Ich habe keine große Wahl, leider. Leg sie draußen in die Truhe. Ich meine, ich habe zweimal dasselbe, also kann ich einen davon verkaufen. Nee, ich kenne den Spruch nicht, Black. Interessant. Ich bin ja hier direkt neben der Mine. Das heißt, ich komme easy zur, zur Dings zurück. Aber das Schönste ist, wir sehen denn heute ja noch den Winter. Oh ja. Das ist cool. Kropfen. Die Karre aus dem Holzgebäude und Geld zu transportieren. Ja, das, äh... Ich will ihr das ja nicht anhängen, ne, aber... Okay, die Mayonnaise verkaufe ich noch. Ich frage mich jetzt echt, wo die ist. Also ich will jetzt auch schlafen gehen, weil ich wissen will, ob morgen deine Hülle fertig ist. Ja, ich, äh... Mach mich jetzt gleich auf den Weg. Ich hangel noch einen Fisch und dann... geht das los. Okay. Trevor. Aha. Ein Bild. Dass wir hier alles in den Kisten liegen haben. Zeug, du. Zeug. Was ist das Schöne an der Mine, Lore? Wir sind so schnell von... Wir kommen so schnell von A nach B. Stimmt. Ich war noch gar nicht in der Mine. Ich hab da immer gar nicht so das Bedürfnis irgendwie. Nur manchmal. Eigentlich kann man im Winter viel in die Mine gehen. Stimmt. So, dann wollen wir doch mal. Ach, na, das wollte ich doch machen. So. Robin sehen wir nie wieder. Ich glaub, die ist echt abgehauen. Ich glaub auch. Äh, wieso geht's nicht? Nach Florida ausgewandert. Ich brauch ja auch Kohle. Bist du schon im Bett? Yes. Bin gleich fertig. Wupp, wupp. Oh, Mann. Entschuldigung. Weil normalerweise hättest du ja was sagen müssen dann. Oder ich mein, das ist eigentlich, äh, so ne große Sache. Vielleicht ist das ja die Masche bei ihr. Ich hab gehört, du bist Multiplayer. Das macht dann 10.000 und ich, äh, wir sehen uns nie wieder. Ich meine, das macht 10.000 und ich bin in drei Tagen fertig. Genau. Ah, jetzt. Ich hab mal ge... Ich hab mal ge... Wow. Ich hab auf jeden Fall ein Achievement ausbauen. Also... Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Also angeblich müsste ich jetzt ein großes Haus haben. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich mach hier keinen Cliffhanger an der Stelle. Und... Oh, ja. Ich hab auf einmal ein... Wie bin ich auf einmal in einem großen Bett gelandet? Hast du gar nicht gemerkt. Das war die Robin. Mensch, es ist zwar auch ein... Es ist aber ein schönes, kleines... Es ist es... Deins ist irgendwie cooler als mein. Warum? Sieht von außen so aus. Echt? Ich hab kein... Ich hab nicht so einen Balkon. Achso. Oh, shit. Du hast keine Veranda. Hier ein Gemüse aus meinem Garten. Aus dem Hof. Von Caroline. Wir haben eine Kartoffel. Boah, die bringe ich gleich mal zum Dings. Aber innen... Ey, sieht's ja genauso aus. Aber ich hab Holz vor der Hütte. Und ne Veranda. Okay, du hast Holz vor der Hütte. Was? Ist ein Zitat aus dem Film Lord of War. Ich hab seit 5 Minuten einen coolen und randomen Kommentar überlegt. Ah. Oh Gott, Leute. Kao-Tropf. Lange her. Diese Grammatik, da hab ich im Kopf zwei Ersatzstellungen zusammengewürfelt. Ja, verstehe ich. Ist das ne TARDIS? So, jetzt haben wir aber auch nur noch 6 Tage. Nur noch 6 Tage im Herbst. Wenn es nicht bald regnet. Dann wird es nix mehr mit ner Hochzeit hier. Ne, dann... Forever Malone. Dann wird es... Dann wird es ne Frühlingshochzeit. Brauch ein Karpfen. Ja, da wär's... Evelyn, da hätt's mal früher kommen müssen. Das ist kein Karpfen, ne? Ne. Doch, ich hab nen Karpfen. Mensch, Evelyn, du hast Glück. Wer war nochmal Evelyn? Geht dringend wieder mit dem Sturm. Schau mal. Wer war nochmal Evelyn von denen? Evelyn... Ich hab's vergessen. Evelyn... Evelyn... Ach, das ist die Alte. Ah. Was, wo find ich die denn? Geht das? Böse Sonne. Scheint mir immer ins Gesicht. Das ist nicht. Ich kann aber nicht über... Übers Menü, äh... Die Bündel abgeben, ne? Ne, leider. Ne, muss ich. Ich muss hier hin. Das ist Speisekammer. Das hier also. Da. Und Kartoffel abgegeben. Jetzt brauchen wir nur noch ne grüne Bohne. Ja. Dann hätten wir da wieder ein Bündel komplett. Ich glaub, die Bohnen gibt's im Winter. Kann das sein? Ja, das ist so ein Winterding. Tigerforelle. Scheiße, hatte ich nicht letztens ne Tigerforelle. Die Dinger sehen für mich immer alle gleich aus. Kaulbarsch. Stör. Äh. Da brauchen wir... Oh ne, das hatte ich drin. Ach, ist auch ein Baum. Mayonnaise kann ich noch verkaufen. So, wo find ich jetzt Evelyn? Die River Map. Ja, ja, genau. Weil der Schusch so gerne angelt. Deswegen haben wir das gemacht. Ach, tun wir den auch mal weg. Ich brauch den grad echt nicht. Evelyn. Hier, sogar. Legendary. Weil ich gefragt hatte, ich war wirklich zu schätzen. Hier in Belohnung, wie versprochen. Mein Geld. Macht Evelyn glücklich. Also... Hey! By the way, das habt ihr nicht gesehen, dass ich jetzt gerade einer alten Person, äh, so ausgeholfen hab. Das habt ihr nicht gesehen. Ihr habt auch nicht gehört, dass ich hier mein komplettes Inventar zusammenwerfe. Weil ich versuche, den Vorhang so zu justieren, dass die Sonne mir nicht so ins Gesicht blende. Sind nur 28 Tage pro Jahreszeit? Goddammit. Dabei hab ich einen HDMI-Split runtergeworfen. Das heißt... Aber alles gut. Oh, fuck. Auch Regen. Ja, Regen wär schön. Ich will das ja auch mitbekommen. Na, im Spiel, ihr zur Seite. Äh, so früh. Hä? Okay. WTF Schieber, was machst du? Ich hab's erzählt. Ich hab's gehört. Hört weg. Hör weg. Ich hab heute mein... Ich schlag alles zusammen tag. Das ist nicht das Erste, was mir heute vom Tisch gefallen ist. Totem, der die Regenwahrscheinlichkeit erhöht? Ich brauch eine, 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 eine... Einen größeren Schreibtisch. Weiß jemand, wo man schöne Schreibtische kaufen kann? Äh, Holz. Ich bin nur zu zweit. Selber braun? Ja, wir spielen nur zu zweit. Ja, ich mein, äh, ich hab hier auch nur so eine olle Holzplatte und, äh, ein Bein. Demolition Schieber. Darf ich fragen, ob Dolph und Lily noch leben? Die sind jetzt beide an einem besseren Ort. Lily liegt unter dem Sofa. Und Dolph? Hm, auch. Ich hab einen Schreibtisch, ja. Ich geh heut mal in die Öle. Hast du einen Forellenbarsch? Ach, das hast du ja gerade gelesen, gell, mit der Erwärmung. Ja, ja, das hab ich, äh, gemacht. Weil mein Inventar ist voll scheiße. Ist voll scheiße. Ja, ich sollte also damit nicht unbedingt jetzt, äh, in die Mine gehen. Ja, das wär blöd. Haben wir nicht ne Kiste in der Mine stehen? Ja. Bringt aber nicht dann viel. Ich muss ja sowieso... Dinge. Ein Freund von mir führt ein Laden in der Wüste. Cool. Ich will auch in die Wüste. Ja, für die Wüste, das brauchen wir noch ein bisschen. Sam! Ja. Ich mein, ich würd auch gerne in die Wüste. Da soll's ne ziemlich coole Mine geben. Hm. Noch ne Mine. Hm. Oh mein Gott. Ach ja, stimmt. Ob der Sam arbeiten ist? Ach, ganz vergessen. Hier gibt's ja Uga-Menschen. Uga, Uga. Ah, Sam ist am Putzen. Irgendwas riecht gut wie Pizza. Hier, vielleicht ist es die Cola. Deine Pizza riecht nach Cola? Ja. Nein, meine Cola riecht nach Pizza. Nicht schlecht. Neuer Geschmack. Neuer Geschmack. Ist aber noch im Beta-Modus. Wir probieren erst mal so ein bisschen aus, ob's gut ankommt. Moment, was? Die, die neue leckere, äh, Pizza-Cola. Ach so. Auch für Vegetarier geeignet. Na, ist er halt, ne? Ja. Oh je, Uga-Menschen. Das ist Tomatensauce zusammen mit, äh, Tomatensaft berührt mit ein bisschen Cola, ein bisschen Salz, ein bisschen Chili. Eingstorffs. Und Tofu. Eingstorffs. Eingstorffs. Vor mir. Und nachdem es gerade super krass stürmt draußen, darf ich den Raffstor nicht runterfahren und habe jetzt einen improvisierten Vorhang vor mir. Weil ich hab noch keinen Vorhang hier hängen eigentlich. Das ist alles noch in der Mache, ja. Aber es geht schon. It is. Bingo. Da weiß ich doch, wer sich darüber freuen wird. Ich. Auch. So, dann muss ich nochmal gießen. Holz hacken. Was machen denn die Bäume? Baue mir den nächsten neuen. Ist wahrscheinlich tatsächlich das Einfachste, ne? Hm? Schreibtisch selber zu bauen. Es ist eigentlich ganz einfach. Weil ich find keinen, der mir gefällt. Mein, allein bei Ikea kannst du schon Tischplatten und Tischbeine einfach kaufen und dann easy. Ja, da hat mir aber auch nichts gefallen. Bist aber auch anspruchsvoll, du. Ja. Mir leid. Schatten. Was fliegt denn hier? Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Was sind wieder für Dinge? Eude? Was bist du? Ich starb. Kenn ich die? Gib mir deine Schleuder. Oh. Wir hätten es sicher abschießen können. Das Ding. Das ist nicht Animal Crossing hier. Ja. Schießt man da die Tiere ab, die fliegen. Nee, nicht die Tiere. Ich hab schon so lange kein Animal Crossing mehr gespielt. Ich hab einmal eins gespielt. Schon ne Eulige. Das ist ewig her. Ja, ich verstehe gar nicht. Also ganz ehrlich, das letzte Nintendo Direct, ich hab's nicht sofort gesehen, hab den Hype mitbekommen und dann gedacht, oh, da mussten ja voll die geilen Sachen angekündigt sein. Schau's mir an. Ich bin voll enttäuscht. Hä? Hä? Ich verstehe den Hype nicht. Hey, Animal Crossing für die Switch. Yay. Ja, das gleiche Spiel schon wieder für eine neue Konsole. Ich mein, nix gegen Animal Crossing, aber... Animal Crossing ist cool. Aber sie machen irgendwie immer wieder das gleiche Spiel halt neu. Ein bisschen größer, ein bisschen anders, aber es ist immer das gleiche. Sie fahren halt so ein bisschen die Call of Duty Schiene irgendwo. Ja, wenn ich's halt einmal gespielt hab, dann hab ich's halt irgendwie gespielt. Keine Ahnung. Dann reicht's mir auch. Nein, du kannst die, äh, die, äh, die, dieses Grafische immer hochsetzen. Das ist schön und witzig, aber... Ja, aber das hat ja eh so ne Spaßgrafik. Also, das ist jetzt nicht ein Spiel, was ich wegen der Grafik spiel, ja. Und Pokémon? Na, Pokémon ist nicht dasselbe. Da kriegst du wenigstens noch neue Pokémon dazu. Ja, wobei ich aber mittlerweile auch gar nicht mehr so... Also, ich spiel vielleicht jedes fünfte Pokémon oder so. Jedes fünfte ist auch mal... Sonst ist es mir zu viel. Ja. Aber Animal Crossing, hm, naja. Wenn ich Lust drauf hab, dann spiel ich halt mein altes wieder. Dann geb ich nicht 60 Euro aus, nur weil ich das gleiche Spiel dann ein bisschen neuer hab. Und dann fang ich ja wieder an mit dem Tom Nook. Dann muss ich ja schon wieder mein Haus abbezahlen. Da werd ich ja nie fertig. Natürlich machen sie genau dasselbe Spiel nochmal. Was erwartest du denn von Nintendo? Ja, stimmt auch wieder. Böse gesagt, ja. Da ist schon was dran. Wann gehst du eigentlich schlafen? Ich warte hier schon. Äh, gleich. Ich hau nur noch ein paar Sachen auf den Grill. Okay. Gehst Ikea, holst dir zwei Kallaxe als Beine. Jetzt hab ich auch ein schönes Haus hier. Äh, ne Tischplatte drauf und fertig. Hast sogar Stauraum. Ach, Kallaxe, das ist noch egal, gell? Ich bin doof. Ich hab grad gedacht, das wären diese... Ja, aber Ikea heißt doch alles so. Teebeine. Ja, Kallax, Ballax, Bamboo. Ich mein, meiner ist richtig cool, weil... Bei mir gab's dazu noch in derselben Höhe wie die Tischbeine so ein Regal. Also quasi, ich hab zwei Tischbeine und das andere steht quasi auf einem Regal. Ah, das ist cool. Hm. Bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen. Schnee! Sonnlich Schnee. Nope. Wind. Hast du dir so ein Totem gekauft? Nee, ich hab keine Ahnung, wo ich das herkriege. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Goddammit! Wie krieg ich so ein Totem? Zu welchen Göttern muss ich beten? Die meisten Leute stört es ja nicht, dass immer das Gleiche kommt. Da ist auch was dran. Stimmt. Ich glaub, ich kann das noch gar nicht machen. Machen wir hier mal ein bisschen hübsch. Das schaut ja hier aus. Keiner pflegt es hier. Hup. Oh, Darknet ist böse auf mich. Sieht ein wenig mager aus. Ich hab die gestern vergessen zu füttern. Und Darknet sieht ein wenig mager aus. Hast du schon das Zeug aus der Truhe, äh, aus den Ofen geholt? Äh, ich glaub schon. Okay. Ach, Darknet. Darknet, was sollen wir nur mit dir machen? Dann fütter ich dich halt wieder, wenn's sein muss. Wir müssen irgendwann mal unsere Truhen ein bisschen ordnen. Oh ja. Weiß, wenn Vivi das, wenn Vivi das sehen würde, die würde mich köpfen. Ja, ist so schlimm, ist das nicht. Man muss nur wissen, wo, wo ungefähr was ist. Bringt uns mal ein bisschen Geld ein. Ich kauf eh nicht wirklich was für Nintendo. Ich schon. Ich mag Nintendo wahnsinnig gerne. Äh, bei mir ist das so eine Sache. Ich bin... Ich bin mit denen groß geworden. Deswegen ärgert es mich, wenn die dann Quatsch bringen. Genau. Ich hatte halt meine... Erste Konsole war NES. Das war echt meine allererste Konsole. Meine zweite dann Sega Megadrive mit Mega-CD. Oh. Äh, aber das gibt's ja jetzt eh nicht mehr. Also, meine dritte war dann Gameboy. Also, war schon viel Nintendo-lastig meine Kindheit. Und ich hab den halt auch noch, ne? Den NES. Ich hab das ganze Zeug noch. Das ist schon cool. Dreck. Dreck. Soll ich noch ne Truhe basteln? Du hast ja recht. Ich hab recht, ne? Und es geht auch nix mehr rein. Ja. So eine für Höhlenzeug. Eine für Farmerzeug. Steht die in der Höhle nicht rum, die für Höhlenzeug? Ja, aber... Ich dachte, das ist... Bochen wir hier auch eine? Ich dachte, das ist unsere Ablage... Unsere Ablagekiste. Wenn wir in die Höhle wollen. Ja, und die wollen wir ja nicht voll machen, ne? Ja, eben. Das ist ja eigentlich nur so ne... Da ist ja schon mal Trash-Kiste. Hm. Bist du bei Sammler-Regentote? Muss Level 9 sammeln sein. Ne, ich bin 5-Sammler. Ich bin Angler. Oh, vielleicht bin ich das. Wo steht denn das da? Aber ich mein, ich bin bald Level 9 Angler, also... Äh, sammeln hab ich auch 5. Hofarbeit Level 0. Da hab ich 7. Aber Fischen hab ich 0. Ich hab in meinem Leben noch nicht eine Sache gepflanzt. Vielleicht ein paar Bäume, aber das war's auch. Ich hab versucht zu angeln. Mal eine... Sonst eine andere Frage. Kommt man irgendwie anders an die... An den Hochzeitsring? Kann man sich den herstellen? Okay, Kiste. Weil wenn ja, dann, äh, werde ich in Krieg ziehen dafür. Äh, meine erste Konsole war die Wii. Ach, krass. Du bist so jung, Firo. Ich hol mir zwei Metalltischgestelle, suche mir schöne Naturholzbrette, schleife die glätt und es kommt ne Monitorhalterung aus Industrieohr dran. Industrieohr, nicht Ohr. Das hört sich echt cool an. Ich wette, alle hatten irgendwas von Nintendo als Kind. Ich selber wuchs mit dem Game Boy Advance auf. Ich mein Super Nintendo. Ja, den Super Nintendo hatte ich nicht, weil ich den Sega Mega Drive hatte. Ja, das war ja so die Konkurrenzkonsole. Dafür hab ich ihn mir dann im Nachhinein geholt. Nintendo, äh, Sega does was what Nintendo don't. Ja. Oder Dreamcast. Die Dreamcast ja auch. Die Dreamcast war ja eigentlich ne richtig geile Konsole. Mhm. Das hat nur niemand gekauft. Niemand hat sie gekauft, aber sie hatte geile Spiele. Die war echt ihrer Zeit so ein bisschen voraus, muss man sagen. Sonic Adventure to Battle. Hammer, geiles Spiel. Crazy Taxi auch. Ja. Ja, die war wirklich ein bisschen voraus. Aber irgendwie, es hat kein Schwein interessiert. Ja. Ich weiß nicht warum. Ja. No one gave a single fuck. Ja, aber die war echt gut. Wirklich komisch. Aber so läuft's halt. Und jetzt kommen die Sonic-Spiele für die Switch. Die sind überwiegend nicht so dolle. Das neue soll gut sein. Das wollte ich mir noch holen. Also das schaut doch echt geil aus, finde ich. Oh, das ist falsch. Du meinst, das nicht Sonic Forces, oder? Ähm. Das, was so ausschaut wie die alten? Okay, nee, dann reden wir von dem Guten. Ah. Das ist wirklich gut. Ja, also ich hab auch nur Gutes darüber gelesen. Und ich wünsche es mir zum Geburtstag. Deswegen hoffe ich krieg's. Das kann man auch nicht kaufen. Also das gibt's nur auf der Konsole. Nur online. Dann meinen wir wahrscheinlich schon das Gleiche. Ich hab's nur immer nicht mit Namen. Das ist bei mir echt schlimm. Sonic Mania. Ah, das kann sein. Mhm. Äh, ich fand Sonic auch immer besser als Mario, muss ich zugeben. Ich machte beides. Gleich, eigentlich. Ich weine jede Nacht, dass ich nicht früher geboren bin. Du, ich weine jede Nacht, dass ich nicht später geboren bin. Dann wär ich noch nicht so alt. Mermaids Pendant, okay. Oh, Mann. Mermaids Pendant brauche ich also. Ich meine, das war Fanmade. Nee, nee. Das ist schon von Nintendo. Also. Das wär mir jetzt ganz neu. Also, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn's erst Fanmade wär und Nintendo es dann übernommen hat und sagt, das ist eigenes und so. Hab ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht irgendwie drüber nachlesen. Ich meine, es gibt einen Heiratsring, den ich herstellen kann. Wirklich? Ja. Eine alte Tradition zum, äh, in Zuzu. Punkt, Punkt, Punkt. Damit bittet man um die Hand eines anderen Farmers. Ah. Moment, eines anderen Farmers. Nein, fahr mal. Also ist das quasi ein Ring für Multiplayer, basically. Ah. Heute ist alles besser. Ich sag nur Lego. Was es nicht alles für Lego heute gibt und was hatten wir früher? Ach, aber. Wir hatten damals Parchonical. Hallo. Wir hatten auch richtig gutes Lego. Also, Lego hat ganz schön nachgelassen. Musst du dir auch mal anschauen, was die jetzt so rausbringen für Zeug. Züge. Wo bleiben Züge? Wer ist für andere Spieler, ja. Ach, okay. Au, das war aber laut. Alt ist mein erstes ab 1,70 Meter. Uh. Dann bin ich ja nie alt. Sega. Wann war die Zigeunerin nochmal da? Freitags immer, ne? Oder manchmal Freitags. Ja, kann sein. Manchmal Freitags. Freitags noch Freitag. Das ist vage genug, dass es mir wieder gefällt. Ah, wir haben noch ein paar Tage. Komm. Winter, verschone mich. Ich freue mich ja schon auf den Winter. Ja, ich auch, aber. Ich weiß. Du willst noch heiraten, bevor der Winter kommt. Ja, durchaus. Es ist so kalt allein. Das ist doch ein Kamin. Habe ich? Jetzt schon, oder? Die Verrückte hat mir einen Kamin gegeben? Nö, Pex. Vielen Dank für deinen Follower. Dankeschön. Das ist ein schöner Name. Ich glaube schon, dass der die, dass der die Verrückte einen Kamin gegeben hat. Das ist wirklich ein cooler Name. Ne Brose. Ich hab ne Brose. Ich weiß gar nicht, wie ich das sortieren soll. Okay, ähm. Zeug für den, für den Ofen. Wow. Und, und Steine zusammen. Ich krieg ich. Ich krieg ich. Ich krieg ich, du Fischstäbchen. Yes. Wow. Ein Anglerfisch. Anglerfisch? Was? Legendär. Ich hab einen legendären Fisch. Oh. Das ist ein Legendary. Ich weiß nur, den brauchen wir für kein Päckchen. Soweit ich das weiß. Also verkaufen eigentlich, ne? Mhm. Aber ich hab uns einen legendären Fisch gefangen. Ja, ist cool. By the way, warum ist in unserem See ein fucking Anglerfisch? Keine Ahnung. Kennst du die Vieh hier? Ist eigentlich voll brutal. Ach so. Das sind die, die diese Lampe da über ihrem Schädel haben. Oh. Befinden sich irgendwie nur ganz tief im Ozean und locken mit ihrem Licht, äh, dumme Fische an, die sie dann fressen. Oh mein Gott. Das ist ja, lass bloß die Katze nicht da rein. Der bringt noch die Katze auf. Ein Popo Katze. Wo ist meine Katze eigentlich? Ja, also. Gehst du immer noch? Also ich brauch den ja nicht, ne? Also. Ich behalte den gleich erstmal. Also ich guck gleich nochmal, ob ich den für irgendwas brauche. Also heute ist die echt verpennt. Mach das, mach das weiter. Zehn Minuten war sie wach. Schon, also ich bin um acht aufgestanden. Und in der Zeit, zwischen acht und jetzt fünf, war sie zehn Minuten wach. Wollte einmal kurz rausschauen. Hat ihr irgendwie nicht gefallen. Hat es gefressen. Und dann hat sie sich hier hingelegt. Oh, dann ist... Dann ist sie heute halt müde. Sehr, sehr müde. Oh, da hat sich ja schon wieder der Boss geändert. Sehe ich jetzt gerade. Bei mir ist es immer noch Hellrider. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das ist ja witzig. Auch mit dem Symbol dann. Ah, cool. Ich überlege gerade, wie ich das hier sortieren soll. Ich glaube zum Kochen... Ich kann ja jetzt auch kochen. Also hier kommt Essen rein. In meine Box zu Hause. Und Sachen zum Kochen. Ich meine, ich kann nicht kochen, aber... Aber du kannst jetzt kochen. Rechts unten bei der Webcam ist bei dir Stadio Valley kaputt. Was? Wieso? Bei mir nicht. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Der Tag hat ja noch ein paar Minuten. Ja. Ja, ich bin immer noch am Kisten sortieren. Das ist irgendwie ganz schön. Morgen ist wieder ein wunderschöner Tag. Oh, fuck yourself. Aber ich bin auch echt schlecht im Sortieren. Du kannst dann einfach nochmal drüber gucken. Ja, ich gucke da. Einmal. Waffen und Naturgewalten. Wie ich diesen Anglerfisch wieder allein aussiee. Muss ich mir da mal anschauen. Und dann tun wir hier noch das. Okay, eine Kiste ist noch leer. Ja, das ist gut. Dann könnte man... Ah, hier ist ja noch ganz... Ui. Das ist ja ganz unsortiert hier noch. Geht's mal jetzt langsam nach Hause. Äh, das schaffe ich heute aber gar nicht mehr. Ich sortiere die Fische. Wobei, ich... Ah, ein bisschen Zeit habe ich auch noch. Das, was ich nicht brauche, kann ich wegballern. Okay, vielleicht sollten wir schnell schlafen gehen. Ah, hier oben Erze. Ich sortiere den Rest morgen. Ja. Er stimmt aber noch nicht. Nee. Eine ist noch voll und eine ist noch leer. Okay, Seegurke brauche ich nicht. Sardine brauche ich nicht. Lachs brauche ich nicht. Brasse. Oma brauche ich nicht. Ähm. Zwei getrennte Nachrichten. Meinst du da... Ach so, bei dir ist Stardew Valley kaputt und meine Katze ist bei mir in der Webcam. Ach so. Ja, aber meine richtige Katze ist unterm Sofa. Und das ist echt ein lustiger Zufall, dass ich erst die Katze in der Webcam hatte, die auch weiß ist und mir dann die Lilly zugelaufen ist. Ich bin Fischer Stufe 9. Oh mein Gott. Ich habe einen Magneten, kann ich jetzt erstellen. Fischmagneten oder was? Oh. Dann kriegst du alle Fische. Mal gucken. Tag 26. Oh komm. Wetterbericht, lass mich nicht im Stech. Morgen wird klar und sonnig. Perfektes Wetter wird das Geisterscheiße. Festival findet zwischen 22... Oh. Morgen ist... Ja, morgen ist ein Event. Ah, die Geisternacht? Ja. Cool. Wo habe ich denn jetzt meine ganzen Sachen zum Kochen hingetan vorhin? Zum Strahlen. Okay. Ich habe schon ein Förster aufgespürt. Könnte der Einzug des Winters sein? Das ist schön, 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 nee. Geisternacht, ja. Das ist okay, Walli. Okay, den Anglerfisch. Wo habe ich denn mein ganzes Essen hin? Ich verkauf den Anglerfisch jetzt. Man sagt, ich brauche den nicht. Also... Was gibt es denn? Oder willst du den einmal sehen? Ja, den kannst du mir da mal irgendwo hinlegen. Warte, ich schmeiße den hier in die Truhe einmal rein. Okay, ich schaue gleich. Da gucke ich in der Zeit schon mal nochmal. Ähm... Ja, doch. Das ist ja eigentlich alles so Outdoor-Sachen zum Pflanzen und so. Da sind die Steine. Yes, bunt Barsch. Wir haben den Ozean schon mal fertig. Ich glaube, ich habe es aus Versehen verkauft. Was? Mein, mein... Ah, schaut der geil aus. Ja, ne? Ja. Ähm... Ist das ein Blaubarsch? Ich glaube, ich habe mein Essen vorhin verkauft. Ich wollte es in die Kiste legen, aber die verkauften Kiste ist ja daneben. Weißt du doch, wie du ganz am Anfang da alles reingelegt hast? Du dachtest... Okay. Das kannst du wieder rausholen später. Ja, ja. Weiße Katze passt auch zu dir. Echt, wieso? Hilft ihr mal ganz schnell. Habt ihr sie jetzt offiziell adoptiert? Ja. Ganz offiziell gehört Lilly jetzt zu uns. Hilft ihr mal fix. Gerne. Ich bin überfordert. Was passt denn zu den Waffen? Die Edelsteine? Theoretisch, gell. Also alles, was jetzt so glitzert und funkelt, habe ich jetzt oben links. Ich tue mal alles, was man so einpflanzen kann und draußen braucht hier rein Dünger und so. Ja, also die Truhe oben links ist jetzt soweit fertig, würde ich sagen. Ich überlege mal viel zu sehr... Ich will es immer so ganz genau machen. Okay, so sollte gut sein. So wie die da oben jetzt ist, es sollte passen. Mhm. Also wo ist jetzt mein... Ah, hier, Anglerfisch, komm mit. Du wirst jetzt verkauft. So, dann sind da die Steine. So brauchen wir alles nicht. Habe es doch gewusst. Ja, das konnten wir ja... Also es ging ja gar nicht anders. Die Lilly, die wollte ja nicht mehr gehen. Und die ist hier so aufgeblüht, da schicke ich sie doch nicht wieder zu. Das kann ich. Man muss ja auch immer gucken, wo fühlt sich das Tier denn am wohlsten. Ja. Und nachdem die überhaupt nicht mehr in ihr altes Zuhause wollte und sogar die ehemalige Besitzerin angefaucht hat, was ich gar nicht von hier kenne... Ja, dann ist schon... Und sich nicht mehr streicheln lässt und gar nichts und wegläuft, wenn sie sie draußen irgendwie trifft. Ich glaube, ich würde... Die wäre eh wieder hier gestanden. Die wäre immer, wenn sie sie rausgelassen hätte, wäre sie hier gestanden. Also, dann nehmen wir sie doch gleich. Und sie ist ja echt pflegeleicht. Hallo, Blub. Ich glaube, ich werde doch nicht mehr dieses Jahr heiraten. Warum? Ja, ich meine, wir haben nur noch einen Tag. Nächsten Tag ist der 27. Und es soll gut werden, vom Wetter her. Ja, brauchst du so ein Totem. Kann ich ja nicht. Ich bin nicht Sammler Level 9. Kann den Kram ja nicht herstellen. Oh, Mann. Ich habe das jetzt echt alles verkauft, ne? Blöd. I'm in deep trouble. Naja, nicht schlimm. So. Oh, ich wollte noch eine Kuh. Darf ich mir eine Kuh kaufen? Tu das. Oh, fuck. Ich habe das falsch gek... Ich brauche... Ach, ich brauche einen Riffbarsch. Ich Idiot. Ach, fuck. Ach, komm, ich gehe heute in die Mine. Ist heute ein frustrierter Tag. Ja, alles ist irgendwie doof. Alles doof. Ja, alles müffelt. Sag das mal, der Dingsbums. Der Dingsbums? Die wartet nämlich jetzt auf den Ring. Ja. Du redest ja schon die ganze Zeit davon. Was soll ich denn sagen? Moment, heute ist Freitag. Ich gucke mal, ob denn... Ob dieser... Die Zigeunertante da ist. Na, hallelujah, was eine Katze? Wie meinst du das? Hast du dir gerade ein Bild angeschaut, oder wie? Hey, Falco-Fan. Wo ist meine... Wo ist meine Sense hin? Verschwunden. Oh, hier ist ja auch noch was. Lehm. Geil. Das hat ja gerade noch gefehlt heute. Eine Kuh kostet 1500. Easy. Okay. Kauf gleich drei. Okay. Du benötigst einen Melkkübel, um Milch sammeln zu können. Okay. Wähle einen Stall für die neue Kuh. Hey, Lilly. Gerade kaufe ich mir eine Kuh. Sie ist gerade an mir vorbeigeschlichen. Ich glaube, jetzt geht sie fressen. Okay, wie nennen wir denn die Kuh? Zubba? Zub... Was? Das wird ja gerade empfohlen. Zubba. Zubba? Zubba. Zubba! Klingt wie Zubba. So ein Milch... Milch Zubba. Klingt wie Zubba. Ist okay. Sehr schön. Ich sende die Kleine Zubba sofort zu ihrem neuen Zuhause. Okay. Noch eine Kuppel, bitte. Das ist dämlich. Man muss das alles einzeln machen. Und mittendrin macht die wahrscheinlich Feierabend. Okay, warte, ich bin gerade mega konfasselt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich wollte. Äh, wo ist heute Stelle? Genau. Aber eine Katze, die den alten Besitzer anfaucht, ist interessant. Ja, das hatte, das hatte viele, viele Gründe. Die haben echt viel andere Tiere daheim. Und das hat die Lilli nicht gepackt. Ja, ist aber verständlich irgendwo. Ja. Die will auch lieber alleine sein. Also die will gar keine zweite Katze oder so. Wahrscheinlich einfach nur von einem mal irgendwann gestreichelt werden, sagt der Motto, ja. Ja, so ist sie total verschmust und so, aber sie will halt keinen, keinen, also sie reicht es, wenn sie halt das einzige Tier ist, sozusagen. Mhm. Weil ich wollte früher auch mal eine Katze haben und dann habe ich immer gelesen, man soll bloß immer zwei Katzen zusammen nehmen. Nie alleine und so. Aber sie ist zum Beispiel voll der Einzelgänger. Lauf mich hier von so einem eigenen Hof. Nein, jetzt hat sie Feierabend gemacht, mittendrin. Mitten im Kaufvertrag. Ja. Na wunderbar. Ich hasse es, wenn sie das macht. Ich brauche doch noch einen Melkkübel. Und jetzt sagt sie mir, dass ich sie meistens in der Kneipe treffen kann. Ach guck mal, die Zigeunerin ist sogar heute da. Dann muss ich morgen nochmal hin. Mit ihrem Wunderschwein. 600 für Käferfleisch? Das ist Wucher. Ja, die hatten schon zwei Katzen. Oh shit, die hatten Stör. Zwei Kinder. Und haben jetzt noch ein Kind aufgenommen. Und haben jetzt noch einen Hund gekauft. Hm. Und besonders mit dem Hund ist sie gar nicht klargekommen. Also sie hat richtig, richtig Angst vor dem Hund. Und sie war auch die erste Zeit noch super, super schreckhaft. Das hat sich jetzt bei uns relativ gut gelegt schon. Muss ich sagen. Rhabarber. Brauchen wir Rhabarber für ein Päckchen? Oh, das kann sein. Ich kaufe einfach mal. Ja, nimm mal einen mit. Und. Oh, ich finde das gut, dass wir das jetzt hier so ein bisschen sortiert haben. Ich brauche fast noch eine Kiste für Gemüse. Ah ne, das habe ich ja drin. Weil ich war jetzt mal bei der Zigeunerin. Also bei der fahrenden Händlerin. Mhm. Und habe da mal getan. Ich gucke mal ganz kurz. Okay. Hier ist nur ein Bild drin, okay. Nee, das ist kein Rhabarber. Hier ist meine Sense. Das Tor gehört da aber auch nicht rein. Sind meine Augen gerade empfindlich? Deine echten? Ja, meine echten. Ohne Scheiße, die sind voll empfindlich irgendwie gerade. Warum? Weiß es nicht. Jetzt wird es gleich dunkel. Ja, das macht nichts. Schau, dass du da noch was siehst. Ah ja, stimmt, der Tresor, der will ja einfach nur Geld. So geil. Habe ich hier nicht sogar ein Totem stehen? Ich bin bisher auf keine Krähen getroffen. Okay, es sieht nur so aus wie ein Totem. Aber es ist eigentlich eine Vogelscheuche. Da braucht man Kaulbarsch. Ihr habt doch die ganze Zeit Kaulbarsch gehabt. Der sagt mir sogar, dass er zwölf Krähen verjagt hat. Schisch, ja, das ist echt unfreundlich. Der kann doch nicht einfach weggehen. Mitten im Einkaufen. Ich wollte noch eine Kuh und noch einen Melkkügel haben. Sind die eigentlich schon da, die Kühe? Aber gut, der Stör, das... Wo war der Stör? Ah, kleine Kuh. Die Kühefische habe ich dann komplett. Sehr schön. Okay, die wollen schlafen. Ah, Rhabarber ist... Na gut, mache ich morgen alles. Ja, ich gehe jetzt auch ins Bett. Ja. Ach ja, morgen Abend ist ja dann das Event. Ja, und ich muss auch nochmal zum Tierbedarf morgen. Ich habe einen neuen Tisch. Echt? Ja, habe ich mir bei der Dings gekauft. Oh, schön. Ich will auch einen Tisch. Braucht man für keinen Bündel, bringt aber seine Summe Geld. Vor allem als Wein. Der Anglerfisch, 1100. Wow. Für den einen Fisch. Sehr geil. Du musst noch einen Anglerfisch angeln. Das war schwer. Der war schwer zu kriegen. Ja, das glaube ich dir. Ähm. Okay. Also, heutiger Tagesplan. Ich muss eine Kuh kaufen und einen Melkkübel. Warte, ich muss nochmal den Wetterbericht schauen. Und ich muss... Warte mal kurz den Wetterkuchen bei dir. Zucker und Mehl kaufen. Wetterbericht. Verbrauchst du jetzt meinen Stuhl? Morgen wird es den ganzen Tag klauen. Soll ich sein? Goddammit! Mein Herz! Oh, die macht erst so neun auf. Ich bin zu früh. Okay, dann sammle ich halt noch Pilze. Kann man die hier irgendwie... Mein achy, breaky heart. Oh. Jicky, breaky. Ich bin gerade vorbereitet. Komm, spiel. Ich kann jetzt den gesamten Tag nicht in die Stadt. Oh. Was soll ich den ganzen Tag machen, ihr Flöten? Event und Tierbedarf am gleichen Tag. Okay, ja, ja, du. Ich nehme mir was vor heute. Ich kann in die Mine, aber ich kann wahrscheinlich nicht raus, ne? Ja, und du kannst hier zu der Marni. Das geht. Da hole ich mir gleich noch eine Kuh. Das heißt, ich kann auch alle meine Päckchen nicht abgeben. Oh. Ja, kann ich nicht, weil... Das ist blöd. Ja, weil ich nicht in das Gebiet komme, weil... ... jetzt schon das gesamte Gebiet abgeriegelt ist. Oh, Mann. Ich komme also auch nicht an den Strand. Lustig. Da, wo ich hinwollte, da bin ich gleich hingekommen. Mir wäre es gar nicht aufgefallen. So, gehe ich in die Mine oder angel hier noch. Guck mal, vielleicht kenne ich auch mal einen Kaulbarsch. Holze ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, war Kaulbarsch hier oder... Okay, meine Frage wurde beantwortet. Was? Meine Frage wurde instant beantwortet. Ach, du wolltest wissen, ob es ein Kaulbarsch ist? Ja, ob ich den im Meer kriege oder im Fluss. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich den herkriege. Hey, Mietze-Katze. Hallo. Jetzt ist sie aufgewacht. Hallo. Grundbarsch brauche ich noch. Den Stör brauche ich noch. Oh, lecker. Alles nicht abgeben. Brombeeren. Ah, es ist schon neun. Oh, sehr gut. Dann kann ich ja jetzt gehen. Wir müssen den ganzen Tag... Wir können den gesamten Tag nicht in die Stadt. Ja, ich kaufe jetzt eine Kuh. Kauf mal eine Kuh. Wenn ich nicht in die Stadt kann, dann kaufe ich halt ne Kuh. Ja, und wenn ich nicht in die Stadt kann, dann werde ich halt Zeug einschmelzen. So. Noch ne Kuh. Die schaut ganz verwirrt, was draußen so strömisch ist. Aquamarien brauche ich auch für nen Bündel. Ich werde jetzt erst mal zusehen, dass wir so ein paar Bündel mal endlich fertig kriegen. Ja, dann muss ich morgen, ne? Ja, du kannst es jetzt nicht abgeben. Nee. Also, ich brauche Heu. Ja. Warmbararbeit kann ich jetzt heute auch nehmen machen. Und einen Melkkübel. Heizgerät Heu. Okay, dekorative Heuballen. Okay, passt. Also, gib ruhig Geld aus. Ich brauche sie jetzt eh nicht mehr. Oh. Ja, ich muss jetzt bis zum Frühling warten. Traurig. Ja. My heart is broken. Vielleicht wird es dir dann eine Doppelhochzeit. Vielleicht kriege ich den Sam bis dahin dann auch rum. Vielleicht kriege ich ihn rum. So. Heu? Hast du Heu? Ich bin... Ja, ich wollte eigentlich zu der Kuh... Heu brauchen wir, by the way, auch für ein Bündel. Ach so? Ja. Oh, ich habe schon die ganze Zeit Heu. Ich meine, die... Die fressen ja alle Heu. Das sind so zehn Heu oder so brauchen wir dafür. Ah, okay. Also, falls du da mal irgendwann überhast... Überhast... Nichts, die Katze will schmusen. Mhm. Die kuschelt immer mit dem Mikro. Ja, die reibt sich an alle mit ihrem Kopf. So richtig fest. Das mag die total gern. Ja, aber dann gehe ich jetzt... Und das Mikro ist wohl gut geeignet. Dann gehe ich heute nicht in die Mine. Der Popschutz. Dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten. Vorbereitung treffen. Gut, dann müssen wir jetzt auf den Winter warten. Ja, aber Winter ist bestimmt schön. Ja, das ist jetzt so das einzig Schöne, was mich gerade aufmuntert. Und wieder unter das Sofa. Einmal gefressen und wieder schlafen. Weißt du, da habe ich gedacht, gut, das größte Problem wird sein, dass ich mein Haus nicht rechtzeitig ausbauen kann. Das habe ich ja am ersten Tag fast schon hingekriegt. Ah, okay, ich kriege gerade gar keine Kiste hin. Okay, wo habe ich dieses Melk-Ding hingestellt? Ist es in meinem Inventar? Ah, ja. Okay, ach, das benutze ich dann wirklich. Okay, dann brauche ich wirklich eine Kiste hier. Pfff. Super ist zu jung, um Milch zu geben. Ah, okay. Dann später. Zu eintönig hier. Ich komme später wieder. Dann brauche ich noch ein bisschen Holz, dann kann ich noch eine Kiste machen. Ich habe die Kiste mal ein bisschen eingefärbt, das war mir zu eintönig. Ja, das ist gut. Das hatte ich auch schon überlegt, weil dann weiß man wenigstens immer, die Kiste, keine Ahnung, die grüne Kiste hat Zeug. So. Zeug für draußen. Ja, warte mal. Äh, dann wollte ich ja mal gucken. Wieso ist denn das ganze Holz weg? Holz? Ja, hast du Holz geklaut? Äh. Aber ich hatte doch so viel da rein. Ich habe kein Holz geklaut. Ich habe also alles, was ich jetzt hier für meine Bude genommen habe, habe ich hier selber aus dem Wald gerodet. Komisch. Irgendwie war doch dann... Habe ich das verkauft? Habe ich irgendwie mehr verkauft, als ich dachte? Okay. Dann muss ich nochmal ein bisschen Holz hacken. Ich habe die Chance beim Fiss und Schätze zu... Oh. Dafür brauche ich Eisenbahn. Eine Eisenbahn. Äh, BAS564. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Vielen Dank. Und herzlich willkommen im Aerogarden. Der BAS. Oh. Schätze beim Angelfin. Das ist doch mal nicht schön. Du bist schon bekannt. Ja, ich kenne ihn so ein bisschen. Ah, das ersetzt Köder. Oh. Cool. Das heißt... Ach, den kann ich. Okay, das ist nice. Das heißt, ich kann damit quasi... Ich bin so etwas wie ein Metalldetektor. Ja, und wir haben noch ein bisschen Zeit über. Gut, dann gehe ich echt nochmal ein bisschen in die Mine. Ja, ich... Ich kloppe hier noch ein paar Bäume um. Wann fängt denn das Event an? Um sieben? Abends. Nee, um 22 Uhr erst. Ach. Das ist ja schon Nacht. Zwischen 22 und 23.30 geht das. Okay. Also, ja. Nicht zu weit, nicht zu lang. Ich gehe auch noch kurz in die Mine. Und BAS, vielen Dank auch für dein Follow. Okay, aber erst so trödig aufmache, ist erstmal ein Rubin drin, also. So, jetzt kann ich eine Kiste basteln. Und ich könnte noch einen kleinen Wald hier anlegen. Wie hast du das nochmal gemacht? Mit Harz? Nee. Nee, äh... Die fernzapfen. Genau, die zapfen einfach, äh... Einfach in den Boden schmeißen. Einfach in den Boden schmeißen, wo passt. Au! Was ist jetzt? Ich wurde gewoodoo-manned. Was? Ich habe keine Ahnung, was der mit mir gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall einen Voodoo-Zauber auf mir. Oh nein. Jetzt ist er weg. Ah, gut. Dann doch nicht so schlimm. Das wird schon voll, Alter. Ja, der... Ah ja, da möchte ich dann tatsächlich... Hallo, ihr kleinen Kühlchen. Einen Monat alt, Baby. Oh. Gut, dass ihr jetzt den ganzen Winter zum Chillen habt. Ja. So, die müssen jetzt noch nicht an einer Traurung teilnehmen. Doch, meine Frage jetzt. Kann man irgendwie anders diesen... diese... Dings bekommen. ...verantwortet sie ihm. Er stellt sie ununterbrochen. Bitte. Er weiß wirklich nicht, was er tun soll. Ich möchte doch nur... Wie kommt man an einen Verlobungsring? Also an diese Kette sonst. Ich will nicht den gesamten Winter warten müssen. Ohne wenn... Äh, ohne dass es regnet. Wie kriegt man den Typen da raus? Ich zahle auch gern das Doppelte. Das hört sie bestimmt gern. Oh. Du, man. Ich sollte mich mal langsam auf den Weg machen. Okay. Oh, ich war heute bei den Kühen und hab die Hennen vergessen. Oh. Total ignoriert. Ja. Haben auch alle nur ganz kleine Eier gelegt heute. Als Strafe. Ja. Und der Katze hab ich auch noch nix zu trinken gegeben. Also der Spielkatze hier. Die Lilly hat, glaub ich, vier... Äh... Sachen, wo sie raus trinken kann. Weil die irgendwie spinnt, wenn's ums Trinken geht. Ich kann aber kein Regentotem craften. Ah. Ich bin nicht Sammler genug. Ach, da. Ich auch nicht. Kann man das nicht auch kaufen? Vielleicht. Baumfeld. Wo ist denn jetzt... Ach, hier ist Hartholz. Ähm... Ja, jetzt fängt's gleich an. Mhm. Ich schmeiß nur noch... Das Gold hier rein. Dann bin ich auch da. Ich auch gleich. Ich schmeiß nur noch schnell die Eier da rein. So, okay. Ich geh schon mal los. Okay. Kommen wir gleich. In Events hält die Zeit ja sowieso an. Also von daher... Ja. Also müssen wir einfach nur rechtzeitig da sein. Und ich bin... Ja. Ich bin fest da. Ich bin hier mal gespannt. Mhm. Geisternacht. Mit bestimmt gruselig. Was für eine Edge-Lord-Show die abziehen hier. Alles grün. Shops. Ich... Hattest du einen produktiven Herbst. Oh ja, danke. Bin hier doch mal schon lang gegangen. Nein, warte. Ui, wo haben die denn die... Die haben hier oben einen Irrgarten. Die Skelette hier. Echt cool. Schade, ich kann die Kürbisse nicht mit... Das ist richtig cool hier. Oh, schon wieder eine Sammler-Vogelscheuche. Kürbislaterne. Wieso kommen hier... Hier kommen Hände aus dem Boden. Und Abby ist am... Am Fountain. Ich will da irgendwie... What the fuck? Wo ist denn der Sam? Da oben ist eine Truhe. Im Reich der Schatten. Das sind die Hände. Hilfe. Ich kann nicht weiter. Spinnen. Oh, sie hat Angst vor Spinnen. Okay, let me slay those fucks. Achso, ich habe mein Schwert nicht. Da ist ein Haus. Die Musik ist super. Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist ein Schild, was ich nicht lesen kann. Wo ist denn eine Truhe? Wie? Ah, ich habe den Sam gefunden. Ach, vor den Spinnen hier hat sie Angst. Hi. Hi. Ich will da wissen, wie wir an die Truhe da oben rankommen. Wahrscheinlich ist die einfach nur da, um da zu sein. Oh, wie komme ich da hin? Ja, das ist die Frage. Und ich bin willig, das rauszufinden. Oh, man kann hier durch die Hecke gehen. Cool. Hm? Ha! Ich bin so gut. Warte mal, was? Durch eine Labyrinthe. Man kann durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Warte mal. Ich will hier auch mal gucken. Komm noch mal zurück. Wir haben ja so viel Zeit, wie wir wollen hier. Uh, ich habe einen goldenen Kürbis gefunden. Ah, curse you. Kriege ich den dann auch? Ich meine, einen Truhen kriegen wir... Ja, kriege ich auch. Ich muss nur da irgendwie hin. Das findest du schon. Ist ganz einfach. Der Sam war zu doof. Ah, hier. Ich sehe schon. Man sieht sogar so Streifen auf dem Boden. Mhm. Ach, und dann kann man hier... Ah! Witzig. Goldener Kürbis. Nice. Was mache ich jetzt mit dem? Essen? Keine Ahnung. Cheater! Ich find's so allem geil, wie Linus und der Zauberer da oben hocken und Leute im Irrgarten beobachten. Ja. Der Penner und der Zauberer. Mhm. Vielleicht sind sie ja Brüder. Vielleicht ist es ja ein Zauberpenner. Zauberpenner? Der magische Penner. Ich muss mal grad gucken. Für einen Bruchteil einer Sekunde im Fernsehen. Ich hab nur nicht erkannt, was. Ah. Hier laufen Skelette rum. Vor allem, wie haben sie es hingekriegt, dass da jetzt auf einmal so ein Heckenlabyrinth ist? Deswegen war er den ganzen Tag abgesperrt. Oh ja. Ist halt keine echte Heckenlabyrinth. Ist halt keine echte Heckenlabyrinth. Ist künstlich. Geh nicht zu nahe in den Käfig. Wieso? Ich habe die, ich slay die Viecher auf einem, auf Daily Basis. Wieso ihr Skelett bewegt, gruselig. Sebastian, das liegt doch daran, weil du dumm bist. Warst du schon im verfluchten Labyrinth? Es ist ziemlich gruselig. Ja. Brauchst du nur ein Essen? Was soll ich definieren? Meine Mutter lässt mich nicht in das Labyrinth. Schluchz. Oh. Musik ist so gut. Ja. Oh ja, ich liebe Kürbisse auch. Die sind lecker. Voller Brummel. So, auf so einen Kürbiseintopf hätte ich auch echt mal wieder Lust. Kürbissuppe gab es schon. Und jetzt bin ich durch, oder wie? Frage ist dann, mit wem, wahrscheinlich müssen wir wieder mit irgendwem reden. Oder du, um genau zu sein. Ja. Nochmal mit ihm. Wo ist denn der? Der merkwürdige Mann, der in den Turm haust, hat das alles selbst auf die Beine gestellt. Er hat niemanden in die Nähe gelassen, während er daran gearbeitet hat. Das erklärt, warum ich hier nirgendwo, ne? Mhm. Der merkwürdige Mann. Ja, aber die Frage ist jetzt, geht's jetzt weiter? Ich rede mal mit allen, dann gucken wir mal. Ich finde die Musik total geil. Ja. Will, man muss einfach wieder Richtung Hof gehen. Ach so, man geht einfach. Ah. Ach so. Es gibt gar kein richtiges Event hier, also nur quasi... Bisschen Quatschen essen und wieder gehen. Ein goldener Kürbis. Ja. Ach so. Ach so, einfach Bereich wieder verlassen. Ja, dann habe ich, glaube ich, jetzt eh mit jedem geredet. Ich auch. Dann gehen wir mal wieder. Ja. Ja, man muss einfach gehen. Jetzt heißt es nämlich, warte auf andere Spieler. Okay. Macht ja auch Sinn, ich habe den Bürgermeister nämlich nirgendwo gesehen. Äh, doch. Ich habe mit dem geredet. Echt? Ja. Ach, guck mal, Gold. Aber der hat nicht wirklich viel gesagt. Ne. Schnell ins Bett. Schon spät. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dem goldenen Kürbis? Wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzen. Also zum Verkaufen. Also Essen geht nicht. Mhm. Also soll man ihn wohl verkaufen? Ja. Oder sich irgendwo hinstellen. Mal gucken. Kleingehälte. Letzter Tag des Herbsts. Ja. Und kein Regen. Nein. Halt's Maul, Kork. Wolkig mit Wimpeln ganzen Tag hindurch. Ach, go fuck. Leider, leider. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall einkaufen. Ich weiß, du bist mit der Farm beschäftigt und kannst mich deswegen nicht besuchen. Ich verstehe, dass du arbeitest so hart. Mach so weiter und du kannst alles schaffen. Alles, liebe Papa. PS, ich habe ein paar Qualitätssteine beigelegt. Ich habe eine Torte bekommen. Okay, der hat uns Steine geschickt. Ich habe eine pinke Torte bekommen. Wo? Ich habe auch einen Brief bekommen, aber von Mutter. Oh, okay. Und ich habe eine pinke Torte bekommen. Oh, cool. Das wäre mir lieber gewesen als Steine. Wollen wir tauschen? Ja. Okay. Warte, ich packe hier die Torte rein. Ich packe hier die Steine rein. Okay. Obwohl, dann nimmst du alle. Egal. Kannst ja alle machen. Du kriegst eine ganze Torte. Ja, nein. Da sind ja schon Steine drin. Moment. Weißt du, was hast du hier reingepackt? Steine. Ich sehe hier Qualitätsdünger? Einfach nur Steine. Der Kerl hat dir einfach nur Steine geschickt? Ja. Äh, behalte die Torte trotzdem. Wisst ihr, dass ich vorhin gerade fragen habe, dass ihr wieder wehscht? Ich lege sie in mein Haus, falls du doch mal Hunger hast. So, jetzt können wir aber endlich mal vernünftig alles mögliche an Bündel abgeben. Ja. Jetzt knattert's. Also Heu auch, oder wie? Ja, irgendwie zehn Heuen, äh, zehn Heuen, reden ist schwer. Äh, zehn Heu brauchen wir, glaube ich, wenn ich jetzt nicht verguckt habe. Aber wo? Äh, ich guck gleich mal. Ich schau auch gerade, aber ich find's nicht. Ach, da gab's ja noch mehr. Willi. Kupferbahn für Willi. Ah, hier. Heu. Zehn Stück Äpfel und Weizen. Oh, Weizen hab ich auch. Hast du auch? Ja. Na dann. Aber erst drei, aber immerhin. Ich weiß, ich muss ihnen nichts schenken, aber ich hab für Amethisten sonst keine Verwendung. Also, tu ich das, was, äh, ne? Verkaufen. Ja, verkaufen. Ich verkaufe Gold. Ich, ich, ich stell Gold her. Ich glaub, damit verdiene ich ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich. Handwerkern halt, ne? Ja, das mit dem, mit dem Gold ist echt nicht schlecht. Tierbedarf. Muss ich mal gucken, wo war was? Aus. Ah, aber. Ich hab erst drei Weizen. Und wir brauchen sechs Weizen. Okay. Das ist dann noch so. Ich falle ja immer wieder drauf ein. Den Mundbarsch brauche ich doch gar nicht. Warum verkaufe ich Teele? Hä? Ahorn-Sirup? Ach, den hätte ich ja auch schon. Okay, den nächsten, den nächsten Ahorn-Sirup. Sehr geil. Eichen-Arz hätte ich auch. Oh, verkleideter Dreher. Nice. Sonnenblume. Hatte ich mal. Verdammt. Ach, ne. Der Kaulbarsch war woanders. Okay. Der brauchte ich für, für das hier, glaube ich, irgendwo. Ja, hier. Wie hübsch die das dekoriert hat. Mit dieser Halloween-Deko. Deko. Deko-Baumen. Deko. Wo war Aquamarine jetzt nochmal? Ah, hier. Diese Bündel. Es gibt zu viele Sachen. Gibt es tatsächlich, ja. So. Beschaffe eine Lieferung von Aubergine. Oh, ich habe Aubergine. Zumindest hatte ich mal Aubergine. Dann wollen wir mal wieder angeln gehen, nicht? Mit meiner neu abgegradeten Angel. So, ich kaufe mir mal ein bisschen was. Kaufst du denn? Zum Kochen. Achso, zum Kochen. Weil ich es aus Versehen verkauft hatte? Ja, okay. Meine Kochzutaten. Okay. Passt. Dann bringe ich noch was für das Bündel hoch. Yo, Karma, vielen Dank für deine 10 Euro Spende. Ähm. Ähm. Hier. Ich hab... Ich wusste nicht mehr, wo ich hin muss. Ich hab's gefunden. Das ist gut. Ja. Bin ganz stolz auf mich. Okay. Also, einmal Heu. Heu wurde abgegeben. Kann ich das schon reinlegen? Haben wir hier auch schon eine Kiste? Naht, naht, naht. Nahtilus Muschel. Okay. Wow. Ich hab jetzt mein Angeln fast schon auto-automisiert. Hm? Wie machst du das? Ich hab'n, äh, ich hab'n, äh, besonderen Anhänger drauf. Den Magneten? Ne, der Magnet hört, äh, bringt mir tatsächlich nur das mehr Schätze spawnen, obwohl das tatsächlich nicht der Fall ist. Problem ist, der... Ach, das ist mir nicht. Mach' dann das ja fast von schwerer. Ja, aber mal gespannt, was sie nachher im Winter fangen kann. Mhm. Wenn überhaupt. Kürbis, Melone. Alter, das Ding ruiniert mir eher alles, aber es automatisiert fast schon das Fischen. Ja, aber, oh, alter. Für, für schwere Fische ist das bestimmt praktisch, aber... Aktuell gibt's ja kaum schwer zu fangende Fische. Für dich. Ja, also halt diese... Diese richtig schweren halt. Okay, und das gehört alles zum Winter. Das können wir jetzt eh noch nicht holen. Okay. Mehr hab' ich nicht. Nur Weizen, leider. Oh, macht ja nix. Müssten Äpfel nicht eigentlich auch im Winter dann sein? Ist nicht so Winter so die Apfelsaison? Ja, eigentlich schon. Mal gucken, vielleicht finden wir dann ja auf Bäumen welche. Vielleicht brauchen wir einen Apfelbaum. Bisschen weit hergeholt, ne? Warte, ich guck mal. Tapete, Kirschen... Apfel, ja! Apfelbaum. Nennst du uns jetzt einen Apfelbaum? Mhm. Wächst nur, wenn die acht umliegenden Felder leer sind. Okay. Dann machen wir das mal. Nur den Baum dann halt nicht kaputt hauen. Ja. Ich hau sowieso nicht willkürlich Bäume kaputt. Nicht? Nö. Nicht mehr aktuell. Achso. Wo pflanze ich den denn? Der Magnet ist scheiße. Erhöht irgendein... Ich pflanze... Soll angeblich Schätze erhöhen, aber irgendwie merke ich davon nix. Irgendwie nicht. Nö. Ich pflanze den bei den Kühen vielleicht. Ja. Wenn das sinnvoll ist, Gesundheit. Sorge. Nö. Das ist irgendwie nicht wirklich gut hin. Vielleicht hier? Hier. Okay, nicht den Baum wegmachen, den ich beim... Bei meinen Beeten hinmache. Okay. Anti-Baum-Zerstörungs-Force. Ja, hier. Ich kriege einfach keine super Fische. Aber immerhin jetzt mal eine Truhe nach... Wie vielen Dings? Angelst du schon den ganzen Tag? Ja. Ja, Mensch. Also nach zwölf von den Magneten... Der Magnet ist ja richtig bescheuert. Aber ist ja vielleicht auch der letzte Tag, wo du angeln kannst, ne? Luftschlange sind ja verlobten Spektakel für Fische. Erhöhen die Beißrate von Fischen. Na, den behalten wir mal. Oh, morgen sind die ganzen Beete kaputt. Ja, ist Winter, nicht? Ja, ist schon wieder kalt. Und schnell dunkel. Hm. Also wie bei uns jetzt. Ja. Ich kann mich da immer erst mal gar nicht dran gewöhnen, dass es plötzlich jetzt zum Beispiel eben um acht schon wieder dunkel ist. Ja. Ich finde das furchtbar. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ich mag es lieber, wenn es bis um zehn hell ist. Ne. Da habe ich das Gefühl, ich habe mehr vom Tag. Noch ein weißer Thunfisch? Ja, das war es dann mit den Beeten. Warum habe ich die Muschel weggeschmissen, ich Idiot? Ist das genau die, die du brauchst? Ne, ist es nicht. Okay. Alter, geh doch! Ey! Okay, Magnet und dieser andere Ding, das ist absolut scheiße. Weil ich konnte gerade, ich habe gedrückt, aber meine Angel ist nicht weitergegangen. Und dann ist mir der Schatz entflohen. Toll. Wie habe ich denn den Weizen produziert? Winter ist geil. Ja, ich freue mich auch schon voll auf den Winter. Morgen ist es dann so, also morgen. Ja, morgen ist Winter. So ganz plötzlich dann. Dieser Magnet ist scheiße. Das ist der Grund, wieso ich dieses Spiel spiele. Nicht ganz, aber ich liebe, ich liebe Schnee. Das behalte ich mal noch vielleicht. Ist es im Winter sogar mehr wert? Gucken wir mal. So. Und heute. Oh, kann ich... Was kann ich eigentlich alles kochen? Was können wir kochen? Fangkuchen, Spiegelei. Das ist geil. Der erkennt, dass ich das Zeug habe, weil es daneben in der Truhe ist. Hm. Sieben Tage lang. Okay, ich hole mir noch ein neues Rezept. Immer gespannt. Und auf morgen. Ja. Artischocken-Dip. Antischocken. Das kann ich mal artischocken. Okay, ich gehe ins Bett. Ich will wissen, wie es morgen ist. Schlafen. Winter. Damit weg. Das weg. Das weg. Das bleibt. Morgen ist Winter. Ja. Ja, was denn unsere Hühnchen machen. Gehen die dann noch raus? So. Und bumm. Keine Ahnung. Erfrieren sie dann? Ah, guter Fang. Mhm. Nicht schlecht. Ach, du hast deinen Kürbis verkauft. Ja, klar. Das hat zunächst gut sonst. Ach so. Stand da ja. Dann verkaufe ich meinen auch. Gut. Der hat gut Geld gebracht, also. Ich war mir noch nicht sicher. Ich bin so ein Horter. Tag eins im Winter. Oh mein Gott. Oh, die Musik ist schön. Wow. That's different. Oh, ist das schön. Oh mein Gott, ist das schön. Ich will nur noch Winter haben. Oh, die Musik ist vor allem toll. Ja, das passt total. Oh mein Gott, das sieht so anders aus. Oh, ist das schön. Heizungen in den Stellen? Brauchen wir? Voll kuschelig. Hä? Nicht, damit die nicht erfrieren, oder wie? Ähm. Was zur... Was dann? Ich bin jetzt... Wollte jetzt Richtung Stadt und dann kam mir so ein Goblin entgegen. Ahahaha. Das... Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Der ist Richtung Stadt gelaufen. Oh nein. Ich dachte, der da die Leute angreift. Und dann habe ich ein Hühnchen mit dem zu rupfen. Dann reiße ich dem wie den Kopf ab. Oh mein Gott, das ist so schön. Folg ihm, ja, aber wohin? Jetzt ist er ja schon weg. In die Stadt? Folg ihm, der ist nett. Ja, aber wohin? Wir haben sogar einen Weihnachtsbaum. Oh, gibt es ein Weihnachtsfest? Wie cool. Oh, ich habe die Höhle hier oben voll vergessen. Wo ist denn der jetzt? Na, ich werde ihn schon noch finden. Mhm. Wahrscheinlich Richtung Höhle ist er gerannt. Fußspuren? Lass die armen Naturgeister in Ruhe. Welche Naturgeister? Oh, Fußspuren. Diese Fußspuren. Oh, ist das schön. Sieht richtig schön aus. Ja. Oh. Und wie auch der Schnee auf den, auf den Bäumen liegt. Da ist er. Hast du ihn gefunden? Schattentyp. Huh. Hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es, nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht anders. Hä? Eine Lupe? Oh. Hast du die Lupe erhalten? Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Die Notizen erhalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Und weg ist er. Cool. Und schon gobbelt er weg. Oh mein Gott. Ich habe den Goblet auch. Lauf ihm mal nach. Such also nach den Fußspuren. Okay. Hinterher. Aber der sieht lieb aus. Es sind einige Events in diesem Jahr. Drei Stück? Mhm. Ja, voll. Oh, Winter ist schön. Oh, wie hübsch das alles aussieht. Das ist gut. Mit dem Schnee sieht man sofort, wo der lange laufen ist. Der Herbst ist vorbei. Aber ich mag auch den Winter. Das ist schön. Huch. Ah, jetzt habe ich auch eine Lupe. Und wo sind jetzt diese Notizen? Im Kollektionstab. Das ist der Kollektionstab. Ich gucke gerade. Sammlung vielleicht? Keine Ahnung. Wäre von der Übersetzung her sinnvoll. Zwergenschiff-Rolle. Vielleicht da? Die Dinger, ja. Oh, was steht da? Die, was? Ich checke jetzt mal den... DJ Power LP 27. Vielen Dank für den Verlauf. Ich checke jetzt mal den Strand. Den Strand. Also, es scheint nicht zugefroren zu sein. Sieht so aus, als hätte ich Glück. Okay. Ne, ich kann hier angeln. Die Notizen findet man random in der Höhle. Ach, okay. Also, ich habe noch keine. Ah, okay. Ich dachte, ich habe schon Notizen, irgendwie. Am Strand ist hier auch alles. Diese kleinen Pfützen sind hier alle zugefroren jetzt. Mmh. Oh, mit der Zuckerstange. Wie hübsch. Ich liebe Tiere. Frau Eroschivare. Kümmer dich gut um sie. So, mal gucken, was wir jetzt hier im Winter finden. Frau Eroschivare. Die Tiere wollen es warm haben. Ja, es macht schon Sinn. Ach so, eine Heizung wollte ich ja kaufen, ne? Ja, ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir es dann haben. Mmh. Okay, dann kaufe ich eine Heizung. Okay, ganz normal Sardine. Und bei anderen Gelegenheiten findet man die auch. Okay. Hier ist der Weihnachtsbaum. Das ist so süß. Ich finde, ohne den Magneten mehr Schätze als mit. Oh, Mann. Also, der Magnet ist Abzocke. Ja. Ausgeschmissenes Geld ist es. Ja. Also, da kann ich das besser nutzen, indem ich einfach das Metall anders verwende. Mmh. Marni, warte. Ich muss was kaufen bei dir. Marni? Marni, ich brauche eine Heizung. Hey, warte doch mal. Ich brauche eine Heizung. Wirklich. Wirklich, es ist so kalt. Tun Fisch. Musst du nicht tun, Fisch. Äh. Witzig. Aber sonst, also Großwinterfische gibt es offenbar noch nicht. Mhm. Verdiene. Und das ist auch die am wenigsten stressige Jahreszeit, weil ich muss jetzt gerade gar nicht irgendwas anpflanzen, ne? Naja, du kannst ja auch nichts anpflanzen, wirklich. Also kannst du mal irgendwie, du kannst mal angeln gehen oder in die Höhle. Ja, Höhle und Tiere, hätte ich gesagt. Kannst du dich da mal? Ja, oh, 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 ich könnte auch ein Bier trinken. Kekse. Der hat Kekse jetzt auch. Rotbarbe. Ja, eins. Noch so wenig. Ja, ja. Wir haben halt nicht so viel Zeit wie du. Oh, es ist so kalt. Ja, Entschuldigung. Der Winter ist jetzt noch nicht so besonders fürs Fischen. Es ist so liebevoll gemacht einfach. Getrockneter Seestern. Was braucht mir das für... Am 25. findet das Fest des Wintersterns statt. Eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Oh, wir feiern Weihnachten. Merry Christmas. And Happy New Year. Hast du Schweine auf deinem Hof? Nein, aber wenn, dann lass ich's dich wissen. Dann könntest du auch eins sein. Jeder bleibt im Winter im Haus. Also kann ich so laut Gitarre spielen, wie ich möchte. Stimmt. That's a good point. Hier, Pizza. Oh, das hat grad ganz rot geleuchtet beim Sam. Das ist gut, ne? Glaube. Muss mal gucken, wie viele Herzen mit dem Hass bislang. Fast soweit, dass ich bei diesen beiden angekommen bin, die angegraut sind. Dann brauchst du bald ein Bouquet. Ah. Okay. Aber ich bin mal auch gespannt, was man jetzt hier alles so finden kann nachher. Mhm. Ich und Zeit. Wieso bist du dann schon so weit in dem... Achso, ja gut, wenn du nichts anderes spielst, ne? Ja, eben. Aber es gibt ja so viele tolle Spiele. Wow. Ein Hecht. Man kann tatsächlich etwas im Winter anpflanzen. Oh, ein Hecht? Muss ich mal gucken, was da geht. Bäume. Yes. Längdorsch? Immer noch heiß. Ein Barsch. Der leckt mich doch am Barsch. Du haust einen nach dem anderen raus, hey. Hey, hey, Tante. Wo ist denn das gewesen? Ah, der war fies. Ich weiß nicht mehr. Also Winter ist schön. Winter mag ich jetzt schon. Ach, im Gewächshaus wahrscheinlich, meinst du, ne? Dann kann ich was anpflanzen. Stimmt. Brasse. Ah, hier. Ha, ich hab was ins Bündel gelegt. Juhu. Sehr gut. Was denn? Bündel koch. Ein, äh, Ahornsirup. Ah. Aber wo nehme ich eine Marquee-Rolle her? Da brauche ich eigentlich Fisch und Algen von dir, oder? Und dann brauche ich das Rezept noch. Ich glaube, das Rezept ist eher das Problem. Der Rest da sorge ich schon für. Ja. Da sorge ich schon für, dass du da bedient bist. Reis hätte ich sogar. Machst du Reis her? Gekauft. Was frage ich auch so doof? Angepflanzt. Wir haben Reisfelder bei uns. Ja. Und Hecht. Wintersaat meintest du? Ach so, okay. Kommt es mir nur so vor, oder? Wird es jetzt auch im Spiel früher dunkel. Ja, aber es ist trotzdem hell, weil der Schnee so hell ist. Ja. Das ist voll cool. Ja. Der geht jetzt noch gar nicht mehr weg. Hm. Ist ja hübsch. Mach mal hier ein bisschen was rein, dass es hier nicht mehr so kahl ist. Win. Es geht nicht mehr weg. Okay. Dann bleibt es halt da. Oh, den komischen Kürbis wollte ich noch verkaufen. Oh Gott, es ist so schön. Also Winter ist toll. Ja. Total. Bin ich mal gespannt, was noch so hier passiert. Mhm. Merry Christmas. Ob man denn auch Leuten was schenken muss zu Weihnachten? Genau das gleiche habe ich ja auch gerade überlegt. Oder machen die sich hier nichts aus Materiellem? Oh, die machen sich ganz viel aus Materiellem. Die stehen ja nur auf einen, wenn man denen ständig was schenkt. Ah, das stimmt ja. Du bist nur beliebt bei jemandem, wenn du ihm tatsächlich Zeug schenkst. Ja, und wenn du ihm was Blödes schenkst, dann mag der dich nicht. Mein Angelgerät ist kaputt. Sag mir nicht, dass mein Angelgerät kaputt ist. Dein Angelgerät? Dein Angelgerät ist kaputt. Sieht so schön aus hier alles im Schnee. Äh, ich glaube ich gehe jetzt schlafen. Und morgen kaufe ich eine Heizung. Es sieht so komisch aus auf einmal, weil es ist nicht mehr so richtig dunkel einfach. Mhm. Sondern, ne? Aber voll hübsch. Voll, voll hübsch. Was war das? Hundfisch. Trockneter Seestern. Hallo, Wanner. Du bist froh und okay? Das ist schön. Ich bin auch froh und okay. Ich muss mal ein paar Kerzen bei mir ins, äh, oder irgendwie eine Lampe aufstellen. Mein Haus ist voll dunkel. Haha. Ich habe den Kamin an. Perfekt jetzt. Im Winter. Total gemütlich. Oh, das Hintergrundbild hat sich geändert. Oh ja. Schön. Mit dem kleinen Häuschen da unten. Tag 2 des Winters. So, jetzt will ich aber mal sehen, wie es schneit. Komm. Ja, schneiden. Richtig Schnee will ich sehen. Ja, die wollten uns nicht gleich alles auf einmal zeigen. Heute schneit's. Morgen wird sonnig. Oh mein Gott. Oh, das ist schön. Oh, wow. Oh, das ist toll. Da quietsche ich. Das ist, oh. Das ist einfach nur schön. Oh, das sieht so unglaublich schön aus. Da geh ich doch nicht in die Mine. Das ist viel zu hübsch. Oh, die Musik. Oh, Kühn ist kalt. Die brauchen jetzt eine Heizung. Dieses Spiel ist so toll. Oh ja. Also ich hab meine Lieblingsjahreszeit. Ja, Winter ist echt schön hier. Ja. Beste. Schau mich jetzt hier mal im Wald unten ein bisschen um. Vielleicht findet man ja irgendwas. Ja, wenn du eh runter gehst, dann kannst du eigentlich auch eine Heizung. Ach, die macht erst um 9 auf. Ja. Okay. Ich hab eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Tintenfisch? Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen. Allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Das ist eher was für dich. Ja, nachts war ich noch nicht am Ozean fischen. Mhm. Versuch, ist es wert. Ja, ich will einen Schneemann bauen. Also jetzt gehen die Hühnchen nicht mehr raus. Nee. Dann mach ich da jetzt auch zu. Warten wir. Ach so, 9. Ja, Quatsch. Ja, eigentlich brauchen wir dann ja 2 Heizungen, ne? Ja. Ich mach hier mal zu. Das ist nicht ganz so kalt. Was passiert denn, wenn ich denen keine rechtzeitig kaufe? Erfrieren die dann, oder wie? Merkst du halt immer das Wunder des Winters? Oh, wie, wie, der Winter ist so unglaublich schön. Richtig schön. Ich wünschte, wir hätten auch mal wieder so einen Winter bei uns. Ja. Als ich ein Kind war, da hatten wir noch solche Winter. Oh, dann wollen wir doch mal gucken. Hä? Hier ist gerade niemand. Wo denn? Wo ich kaufen soll. Um 9 macht die eigentlich auch? Ja, ist auch offen, aber da ist niemand. Ach, Marni. Komm, warum? Vielleicht ist sie unterwegs oder so. Und die Tiere sterben mittlerweile. Ja, wir versuchen es ja schon. Aber man will uns ja keine Heizung verkaufen. Ihr habt das Gefühl, im Winter brauchen Fische länger zum Fangen. Ah. Oder die sind tiefgefroren. Wer weiß. Jetzt geht die Marni gerade raus. Hä? Hat die heute Ruhetag, oder wie? Keine Ahnung. Marni, jetzt komm. Wir brauchen echt eine Heizung. Ja, die will heute nicht. Ja, keinen Bock, glaube ich. Hä? Ich habe schon gedacht, ich habe es falsch gemacht. Wir sollen es nicht riskieren, ja. Ja, das Problem ist, wir können ja nie... Näh. Ja. Ihr hört das Dilemma. Man lässt uns ja nicht. Wir wollen ja. Ihr hört und hört das Dilemma. Ach, wo ist denn der... Der Dingsbuss. Der ist ja Mie. Oh ja. Ich hätte ganz gern mal wieder ein Event mit ihm. Hallo Mieze-Katze. Aufgewacht. Und wieder fressen. Die hat heute irgendwie einen lustigen Tag. Also Winter ist super. Wie im Winter schneit. Ich dachte, das wäre ein Mythos. Eine Stechpalme. Ja. Wir haben eine Stechpalme gefunden. Schön. Linus stellt sogar selbst im Winter da oben an seinem Feuer. Der Typ ist Hardcore. Ja. Der hat ja gar keine Wahl wahrscheinlich. Winterwurzel. Das brauchen wir doch für ein Dings. Ja, ja. Als ich noch jung war, da hat es im Winter noch geschneit. Da bin ich mit den Gummistiefeln in die Schule gegangen. Über drei Berge. Ja, aber auch. Also bei uns war es immer schlimm. Vor allem, wenn du dann mit dem Bus zur Schule musstest. Ja. Oder mit der S-Bahn und dann umsteigen. Oh Gott, war das eklig. Ich stand wirklich teilweise dann im tiefsten Schnee. Und dann kam die nächste S-Bahn nicht. Weil wegen Schnee und Winter hat die natürlich Verspätung. Ist ja klar. Von ungefähr einer Stunde. Und das war echt oft bei mir der Fall. Dass ich deswegen dann zu spät in die Schule gekommen bin. Wow. Ist aber ein zackiger Kumpel hier. Wow. Hm? Ein Fisch, den ich hab. Oh, Alter. Oh, hier ist was am Brett. Bleib doch einfach mal am Boden. Ich hätte gerne. Und... Ein Topaz? Ich hab auch kein Problem damit, wenn ich dich tot aus dem... Ach. Ich glaub, wir haben einen Topaz. Ich geh mal gucken. Letztes Jahr im Winter hatten wir einen Blizzard. Hatte sogar Schnee früher. Stechpalme ist damit beschäftigt, alle zu B-Stechen. Alter, alle so lustig. Oh, im Jokes. Alter! Okay, die hier am See sind echt krass, die Fische. Topaz. Nee, der hier nicht. Topaz. Topaz. Ja, sehr geil. Wir haben einen. Ich will jetzt... Wer wollte den haben? George. 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 Wer ist George? Und wo wohnt dieser Mann? Where does he come from? Where did he go? Where did he come from? Cut, Nigel. Aber wer ist George? Ich kann mir keine bessere Angel kaufen. Es gibt keine bessere. Oh, kannst du schnell zur Mani gehen? Bis um vier hat die noch offen. Ich schaff das nicht mehr. Ich bin jetzt in der Mine gerade, also... Oh. Ich kann jetzt zur Stadt, aber ich glaub nicht, dass ich das so schnell schaff. Ich hab ne Kristallfrucht gefunden. Die Zeit vergeht wirklich ein bisschen zu schnell in dem Spiel. Oh Gott, ich hab noch zehn Minuten. Ich glaub, ich schaff's nicht. Nein, es ist vier. Und ich steh vor ihrer Tür. Furchtbar. Furchtbär. Furchtbär. Okay, wir suchen George. George ist, glaub ich, der alte Typ. Der, der, der... Der Obdachlose, oder wie? Echt? Oder der, der, der Grummelige. Ach, der Grummelige vielleicht. Der Grummelige Troll. Das kann sein. Hast du schon die beste Angel? Ja, das ist doch hier die... Hieridium-Angel. Georgie! Eine noch besser, die gibt's nicht. Bist du, George? Ja! Bist du, George? Schon gut, lass dir Zeit. Oh, Topaz, genau, was ich gesucht hatte. Vielen, vielen Dank. Ah, shit. Hier ist dein Geld. Tintenfisch. Nicht so mein Ding. Ich hab Tintenfische zu angeln. Ich muss doch nochmal Zeug abgeben bei den Bündeln. Guck mal hoch. Aber ich warte mal, du meintest ja irgendwie abends Tintenfisch. Deswegen, ich angel jetzt hier abends nochmal ein bisschen im Meer. Mit dem Schnee ist das wunderschön. Das ist eh so cool. Ich muss auch ein bisschen angeln, glaube ich. Dann bin ich nämlich draußen auch. Hast du ja die Zeit jetzt dafür? Ja. Kann ich ein bisschen üben. Sofern Mani uns endlich mal eine Heizung verkaufen würde. Ja. Die Olle Nusti. Die geht einfach immer weg. Ich arbeite heute nicht. Ist zu kalt. Ja, genau. Und dann geht sie raus. Ist die blöd. Ne. Draußen ist es doch noch kälter. Ich verbringe den Winter einsam. Einsam an meinem Steg. Da ist auch keiner mehr. Es sei denn, Schnee zählt auch. Aber ich glaube es nicht. Weil ich war jetzt... War ich heute schon mal da? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Ich meine... Ja, ich meine, Schnee ist ja... Es ist gefrorenes Wasser. Ja. Inventar ist voll. Aber da ist die Muschel, die ich brauche. Schönen Dings. Schmeißen wir mal... Hallo, Mietze Katze. Hallo. Ja, Mietze. Nahti, los, Muschel. Hallo. Was denn? Gott, morgen kann ich einiges abgeben beim... Lass los. Dings. Miu, Miu. 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 Jetzt schmust sie. Weißer Thun. Hast du jetzt genug geschlafen, Lilly? Oder schläfst du gleich nochmal 3, 4, 5 Stunden? Miu, Miu. Na gut. Ja. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Die guckt immer so. Und dann traut sie sich immer nicht. Dann springt sie so ein bisschen. Und dann lässt sie es doch wieder. Oh, das ist bestimmt der Oktopus. Hier steht sie da. Ja, komm halt. Verwirrtes Fisch. Verwirrtes Fisch. Yes. Tintenfisch. Brauchtest du einen Tintenfisch? Ja. Okay, ich hab einen. Voll gut. Äh, den braucht der... Willi. Aber ich glaub, dass ich ihm den bringen muss, weil ich den Auftrag gekriegt hab, ne? Gut möglich. Dann komm ich einfach schnell. Ja, nee, warte. Ich komm sowieso jetzt heim. Ja, ich bin ja grad in der Mine. Deswegen, ich komm jetzt in die Stadt. Ach so. Ja, der Willi, der ist jetzt sowieso nach Hause gegangen. Ja. Also, das müssen wir sowieso morgen dann machen. Ich hoffe, der bezahlt gut. Einen Tintenfisch, der war jetzt nicht leicht zu kriegen. Ey. Ja. Ah. Gibst du mir den Tintenfisch? Äh, anbieten ja. Ja, danke. Ja, mal gucken. Da steht nicht, wie viel wir da bekommen. Und das ist auch noch einer mit nem Stern. Wo gehst du hin? Bis nach Hause. Du gehst aber falsch. Nein. Ach so, du... Ah. Ich fahre immer mit der Mine. Es geht schneller. Ach so. Ach so. Was ist das? Prähistorische Handachs. Ein Artefakt. Oh, wie cool. Hm. Post. Was? Oh, das ist so schön. Eine kleine Herausforderung für dich. Ich frage nach einem Tinten... Ach so. Jetzt hab ich die... Hast du jetzt auch bekommen? Jetzt hätte ich's auch. Oh, willst du den Tintenfisch zurückhaben? Ne, ist schon gut. Mach du mal. Okay. Okay. Danke. Ah, Katze müsste man sein. Soll ich, soll ich nicht? Verdammt, diese Entscheidungen. Ja. Ja, die ist sich manchmal dann nicht so ganz sicher, was die jetzt will. Es ist vor allem fast dauerhaft hell. Das ist so... So schön am Winter hier. Mhm. Das ist echt cool. Schau mal mit einer Skeleton-Statue hier in die Ecke. Gäh. Schnarchen. Schlaf, schlaf, schlaf. Tag drei im Winter. Den großen Rucksack könnte man sich langsam mal kaufen. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich echt sinnvoll. Wie teuer war der nochmal? Ähm... Oh, gleich mal. Ich muss da sowieso längs. Ja. Wieder so schöne Musik. Ach, Wiederholung. Oh, gebackener Fisch, das kann ich schon. Erwartet morgen ein paar Zentimeter Schnee. Ich mach uns mal Pfannkuchen. Das ist mal wieder typisch, weißt du? Was denn? Kaum brauche ich den Regen und all den Scheiß nicht mehr, kommt hier nur noch Schnee. Schön. Was ist das denn? Würmchen? Bingo. Krokus. Bingo, bongo. Oh, Krokus brauchen wir. Ah, ich weiß, das bringe ich jetzt... Bring ich jetzt auch zum Winter. Cool. Sogar goldener Krokus. Hm. Das ist fucking schön. Ja, voll. Ich glaube, ich hole mir nachher den Soundtrack von dem Spiel. Auf jeden Fall den vom Winter. Mhm. Ich höre eh so gern Spielmusik. Ich in letzter Zeit auch stark. Ich finde das voll entspannend irgendwie. In letzter Zeit höre ich auch verdammt viel davon. Wir brauchen echt nur noch eine Winterrübe. Nestra, danke für deinen Horst. Ja, uns fehlt nur noch... Eine Winterrübe? Ja, eine Schneesüßkartoffel heißt das. Ah, okay. Muss ich es noch mal rauskriegen, wo der Dings ist. Die Nautilusmuschel, wo wir die gebraucht haben. Ja. Ich schau mal, sind die jetzt schon alt genug? Könne ich die jetzt schon melken? Nautilusmuschel war nicht bei den Fischen, das weiß ich. Oder? Ich weiß es. Wasserzeug. Keine Ahnung. Dann muss es hier sein. Habst du? Keine Ahnung. Einen Monat. Kann ich dich schon melken? Oh, 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 oh. Bündel Feldforschung. Milch. Wir haben Milch. Wir haben Milch. Und du hast ein Bündel gemacht. Cool. Ich habe Bündel gemacht. Und dafür kriegen wir eine Recyclingmaschine. Cool. Hat sich ja richtig gelohnt. Das haben wir fertig. Oh, Melky ist noch zu jung, um Milch zu geben. Aber die anderen können schon. Das Geräusch war so geil, dass es gerade nicht geklappt hat. Der macht dem alles kaputt. Mittwoch Ruhetag. Sieht ja die Euter lang. Ruhetag, ganz vergessen. Bei der Heizungsfrau. Nee, bei... Also da gucke ich jetzt auch nochmal. Aber ich... Also bei Dings ist auf jeden Fall Ruhetag. Okay. Äh, ich glaube ich muss zu Günther. Günther. Hallo Noxus. Erstmal Spielsoundtracks zum Entspannhirn. Schmeiß Doom Soundtrack an. Oh, der Doom Soundtrack ist so gut. Der ist auch gut. Ah, jetzt ist sie tatsächlich da. Tierbedarf. Heizgerät. Jetzt. Zwei Stück. Einmal, zweimal, so. Oh, mein Gott, danke. So, das Problem hat sich... Die Tante, hey. Ja, so, ich bring das mal schnell vorbei. Damit unsere Tiere nicht mehr frieren müssen. Stimmt, der Louis kommt jeden Abend vorbei und holt alles ab, was wir da so reinschmeißen. Und wir müssen halt mal... Du musst ja auch im Winter Geld verdienen, hat er gesagt. Da ist es sich nicht zu fein, durch den Schnee zu warten. Ich frage mich nur, wo wir eine Süßkartoffel herkriegen. Hm. So. Sam hat noch ein Geschenk. Oh, der geht auch gerade da hoch. Ah, hier sind unsere Kühe. Na, ihr. So. Einmal eine Heizung. Okay. Wo packe ich die jetzt am besten hin? Neben die Truhe am besten. Willi. Willi ist der Angler-Heini, oder? Ja. Wir sind... Schauen wir. So, also unsere Kühe frieren schon mal nicht. Sein, da muss dann noch irgendwas in die Heizung, aber ich glaube mal nicht. Ist doch nix so. Schauen wir mal. Was ist das hier? So. So, endlich ist die Sonne weg. Jetzt wird es langsam angenehm hier. Die hat echt bis gerade eben noch so reingeschienen. Jetzt kann ich den Vorhang ein bisschen wegmachen. Ja, wo ist denn dieser... Ach, ich bin ja völlig falsch. Und damit unsere Hühner auch nicht frieren... Heizung. So. Yay. Schaut es jetzt anders aus? Nö, ist nur ein Heizkörper drin. Okay. Nichts Besonderes. Was hat das jetzt oder so? Keine Ahnung. Nö, nicht mal. Okay. Bist du des Wahnsinns, Junge? So. Gräbt man aus dem Schnee mit einer Hacke? Okay. Gut, dass ich immer meine getreue Hacke dabei habe. Hacke. Hacke, Hacke. Kristallfrucht. Ich finde, die Dinger sehen so cool aus. Mhm. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Dann bringe ich ihm mal den Tinten. Mal gucken, wie viel er dafür überhaupt springen lässt. Ich meine, hier ist generell jetzt im Winter sehr viel von diesen Wurzeln im Boden. Wo man ausbuddeln kann. Das war ja nicht so viel. Oder habe ich... Ich hätte ihn auch verkaufen können. Und er hat nicht mal was dazu gesagt. Arschloch. Hä, aber der Auftrag ist auch noch drin. Oder? Du musst ihn dann doch noch mal im Auftragsding annehmen. Oh nein, ich habe... Ich habe... Weißt du, was ich gemacht habe? Na? Ich habe ihn angeklickt und dachte, ich kann ihm ihn geben. Dabei hat sich aber das Verkaufsmenü geöffnet. Und ich habe ihm einfach nur verkauft, statt ihm ihn zu geben. Entschuldigung. Super. Naja, immerhin haben wir das Geld dafür so oder so bekommen. Ja, stimmt. Vielleicht hätte er uns ja gar nichts gegeben. Nur einen feuchten Schmatzer. Von einem Fischboy. Das glaub mir, das willst du nicht. Nee, vielleicht fängst du einfach noch einen. Das war nicht so leicht. Mal gucken. Hoppala. Wo hast du den denn gefangen? Ich probiere es dann... Im Ozean. Abends. Okay. Oh, ich habe eine Nautilus-Muschel. Die brauchen wir doch für eine Bündel, ne? Habe ich schon abgegeben. Oh. Okay. Nautilus habe ich schon abgegeben. Bist du schnell? Wow. Okay. Ja, was Fischen angeht, ja. Mhm. Und auch die Bündel. Die Sachen dahin bringen. Ja, es liegt manchmal bei mir auf dem Weg, ne? Aha. Okay. Ja, einfach... Einfach random rumhacken? Echt? Also ohne Ziel? Einfach rumhacken für Kartoffeln? Echt? Okay, warte mal. Dann baller ich doch einfach mal... Egal wo? Naja, im Schnee. Warte mal. Ich gehe mal zur Farm. Ach, wie lustig. In Turbo. Oh, ich habe Leben. Kristallfrucht. Aber ich mache alles so hässlich dadurch. Tja, das ist... Oh, ich habe eine. Ne, die sind doch in diesen... Wo diese Wurzeln sind. Also... Ich habe eine Winterwurzel. Ich habe die... Ich habe die Süßkartoffel. Ich bring die mal direkt hin. Cool. Schau, ich... Das meinte ich. Die sind ja immer da... Ich hack hier immer noch rum. Also ich habe irgendwelche gefunden. Ich finde irgendwie nur... Also jetzt... Ich habe auch eine. Hast du einfach random jetzt im Boden rumgestochert oder... Aha. Okay. Bei mir passiert da nämlich gar nichts. Cool. Ich gebe die jetzt mal ab. Ja, da auf dem Weg musst du halt. Und dann haben wir nämlich... Cool. Den Handwerksraum komplett. Oh mein Gott. Spannend. Mission complete. Cool, der neue Channel-Banner. Danke. Ich fand den auch cool. Wintersaat. Aber ich habe noch viel rumgemacht, weil... Wir haben... Ich noch nie ganz zufrieden war mit der Position und so. Oh oh. Was? Was ist los? Ich glaube, ich werde sterben. Nein, warum? Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihr... Puff! Wow! Oh. Bist du? Ich bin im Haus. Im Irrenhaus, wollte ich schon fast sagen. Beim Zauberer? Nee, nicht beim Zauberer. Im Gemeindehaus. Auf einmal ist hier eine Menge Zeug. Auf einmal sieht es hier nicht mehr scheiße aus. Echt? Ja. Ich komme mal rum. Wow. Hast du jetzt ein Irrenhaus daraus gemacht? Nee, aber wir haben unseren zweiten Stern. Von außen sieht es auch besser aus. Echt? Mhm. Geh mal da links in den Raum. Links? Naja, besser ist relativ. Nicht mehr ganz so scheiße. Ja, hier ist auf einmal... Wie hübsch! Ja. Aber was hier ist, ne? Ich meine, hier fehlt ja... Also ich habe so das Gefühl, der Raum hier fehlt noch was. Hm. Wir können ja mal die 10.000, äh... Ja, wollen wir? Geben. Ja. Wir brauchen Geld sowieso gerade nicht wirklich. Wir haben die Heizung, die wir brauchen. Ich mache das mal. 10.000 Gold. Und dann, wie viel fehlt noch? Wir haben jetzt einen Blitzerbleiter dafür bekommen. Eins für 25.000. Ah, okay. Das sehe ich genauso, mein Freund. Also gut, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Och, blöde. Das habe ich alles nicht. Niedlich, der kleine Apfel. Ich alles nicht. Aber das ist ja echt hübsch. Und wir haben was bekommen dafür? Ja, einen Blitzerbleiter. Einmal? Zweimal? Einmal. Wir haben einen Blitzerbleiter. Sie hat rumgemacht. Aber es kann ja nichts einschlagen, weil es kein Gewitter gibt. Also... Ja, kein Regen. Also es gibt ja kein Regen. Mhm. Ach so. Ja. Das ist so ein Wegbullen hier. Man buddelt sich so einen Weg hier. Ähm... Okay, dann verkaufe ich noch was. Ähm, ähm, ähm... Na... Wir haben Wintersaat. Eine Auswahl verschiedener wilder Wintersaat. Ah, cool. Die kannst du eigentlich hinten hinlegen bei... Ja, wo ich immer die Kräuter hatte. Ja, aber Moment mal. Weil da werden die auch gegossen. Was denn? Also da unten dann, ne? Mhm. Kann ich die denn nicht eigentlich da auch pflanzen? Ja, meine ich ja. Weil dann... Also hier quasi... Weil wenn es Saat ist... So, ich habe noch nie Zeug gepflanzt. Mal gucken, ob ich das hinkomme. Äh, ich muss erst mal alles umpflügen. Dann kriegst du ein Achievement. Ja. Okay. I try. So, die erste Milch, die behalte ich mal. Vielleicht können wir daraus was kochen. Und hier unten, wo diese Sprinkler drumherum sind, da muss ich auch nicht gießen, oder? Äh, nee. Aber nimm die guten Sprinkler. Die rechten. Die linken, die gießen nur vier Felder und die anderen acht. Äh, die sehen für mich alle gleich. Achso, nee, warte. Die mit dem Metall am Ende. Ja, genau, das sind die Besseren. Mhm. Jetzt mache ich tatsächlich mal Gartenarbeit. Uh. Dass man das noch erleben darf. Geht ja ab hier bei dir. Schön. Ich bin mal gespannt, was wir da draus kriegen. Mhm. Süßkartoffeln. Nö. Okay, schaffe ich das noch schnell, die sieben einzupflanzen? Ich glaube schon, aber ich gehe trotzdem noch schnell ins Bett. Äh, schon mal. Schon mal schnell ins Bett. Bis um zwei, oder? Kann man doch auch bleiben. Ja. Ja, das geht doch. Okay. Das waren alle. Ins Bett gehen. So viel zum Thema, du kannst im Winter nix einpflanzen. Bullshit. Ja, cool. Dann geht das ja doch. Also, im Gewächshaus und Wintersaat. Aber Gewächshaus haben wir halt nicht. Ja, nächstes Jahr. Oh. Okay. Ah, für die Dings. Das ist da beim Adventure House. Wo? Da bei der Abenteurer-Gilde. Oh, haben die das repariert? Ja, die haben die Brücke repariert. Weil wir die Bündel fertig... Lass da mal hingehen. Lass explorern. Ja, 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 ja. Da müssen wir hingehen. Da gehen wir morgen hin. Oh, wie cool. Du kannst vergessen, dass es ja immer noch Belohnungen dafür gibt. Ja, ich habe da auch gerade nicht dran gedacht. Warte, einmal kurz. Fernseher. Den Blitzableiter packe ich mal. Weg. Oh, es schneit wieder richtig. Pack ihn einfach mal hier hin. Oh, nein. Erst muss ich zu den Tieren gehen. Nicht die Tiere vergessen. Und gießen muss ich halt unten nicht. Das wird halt so gemacht. Das ist automatisch. Nur irgendwann ernten. Mhm. Bin ich ja mal gespannt. Ich ernte jetzt auch die Kühe. Ernte jetzt auch die Kühe. Oh, Post. Wie geht's dir? Ich habe ein paar Anweisungen für mein Lieblings... Was? Gerichte erhalten Linus. Fischtaco. Kann Fischtacos machen. Cool. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Hast du jetzt auch eine Küche? Ja, ich habe ja jetzt auch eine Küche, also... So, Mählich habe ich auch wieder bekommen. Hier, Fischtaco. Brauche ich Tortilla, Rotkohl, Mayonnaise und einen Thunfisch. Mhm. Hey, nee, Tacos. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Oh, ich bin so neugierig. Ich auch. Aber ich muss die Hühnchen noch streicheln und füttern. Pupsi sieht heute sehr glücklich aus. Ah. Steinpuffein. Da kann man mit der Lore hin? Okay. Mein Gott. Ich habe mal gleich gestorben. Hör auf, immer das Ei essen zu wollen und streichle das Huhn. Äh, Schneesüßkartoffel. Alex. Okay, merke ich mir. So. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie ich... Wie ich das hergestellt habe. Ich habe Weizen. Und ich habe das, glaube ich, irgendwie selbst gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie. Ich glaube, ich habe es wirklich angeseht. Oh, das wollte ich noch. Macht Sinn. Ja. Okay, jetzt komme ich zu der Brücke. Okay, warte. Ich rede nur noch schnell einmal mit Abby, damit sie nicht denkt, ich hätte sie vergessen. Oh, ich habe den Sam vergessen. Okay. Alles andere war gerade so spannend. 10.000 kostet der Rucksack. Ich habe das jetzt mal nachgeschaut. Ja, gut, wir haben jetzt erst mal 10.000 ausgegeben, um das eine Bündel. Und für uns dann 20.000, wenn wir es beide machen wollen, ne? Ja, 25k, das wird nochmal dauern. Oh, okay. So, ich mache mich dann mal auf den Weg zur Brücke. Ich auch. Ich bin mal gestern, ich bin jetzt mal gespannt. Mhm. Mhm. Oh, hier ist noch was. Prähistorisches Werkzeug. Ach, das hatte ich doch schon mal. Ein prähistorischer Kram. Ah, ist das schön. Das ist ein Schneemann. Der Winter ist so schön. Ich könnte auch echt nur im Winter spielen. Mhm. So, also ich bin bei der Brücke. Ich warte hier. Juhu, ich bin gleich da. Ich bin da. Okay. Sehr geil. Wow. Oh mein Gott. Stein, deswegen Steinbruch. Ja. Hier gibt es etliches an Erzen. Cool. Ich meine, wir haben zwar viel, aber... Ich meine, Erze... Neues Gebiet. Tatsache, hier oben ist eine Lore. Aber wozu? Ah, können wir die jetzt auch schon verwenden? Ich schätze mal. Ja. Cool. Versache. Aber was ist denn hier? Kommen hier die Steine mal neu? Wahrscheinlich fallen die halt hier runter, oder? Weil wenn... Warte mal. Shiva? Ja? Hör mal kurz auf. Hör mal kurz auf. Spar mal deine Energie. Okay. Und gib mir eine Sekunde. Okay. Ach, du wirst die Bombe hier reinschmeißen? Yes. Ah, okay. Gute Idee. Ich werde das mal wesentlich effizienter nutzen. Also gut, jetzt muss ich mich daran erinnern, was hat Hohl gesagt, als er mir von dieser Bombe erzählt hat. Black, ich habe deine Welt nicht zerstört. Also Hohl meinte, ich soll sie legen und dann möglichst schnell, möglichst weit weg gehen. Okay. Also mehr als ein Bildschirm. Wart am besten bei der Brücke. Okay. Oder hinter der Brücke sogar. Sollte mir nur vielleicht ein Dings Luftweg bauen. Ich muss nur einen Stein kaputt machen noch, sonst komme ich hier gar nicht raus. Okay, ich komme hier raus. Gut. Was ist das hier eigentlich? Okay, ich warte hier. Okay. Okay. Yo. Dürfen wir gucken? Ja. Ich habe aufgeräumt. Nicht schlecht. Mach noch eine. Ich habe nur eine gehabt. Ah, okay. Aber cool. Ich nehme die guten noch mit. Ja, die Erze können wir ja nochmal mitnehmen hier. Das ist ja cool. Aber die Lore, ich finde die Lore ist ein bisschen überflüssig. Naja, dann kommt man halt. Ja, aber die Mine ist doch direkt daneben. Ja, stimmt auch wieder. Ja. 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 Ich beschwere mich nicht. Kupferhacke. Warum soll man sich eine Kupferhacke machen? Ich meine, wir müssen mal irgendwann auf Stahl und auf Stahl upgraden. Fünf Eisenbahnen, das haben wir ja easy. Ich habe noch nicht mal die gute Axt. Ja, die braucht man auch nicht so häufig. Nur wenn du wirklich irgendwie die schweren Baumstämme wegballern willst. Mhm. Oh, wir hatten noch keinen Dings. Okay, gut. Hä? Kann... Kann da unten nichts platzieren. Hier aber. Hm. Kann man diese Fässer kaputt machen? Nee. Schade. Neue Belohnung. Äh, ich habe einen Amethyst. Ach, den könnte ich der Abby schenken. Dann mag die mich auch mal ein bisschen lieber. Mhm. Am Ende will sie dann mich heiraten. Ja, dann hätten wir ein Problem. Hahaha. Okay. Hey, Seraph. Oh. Im Winter ist allein das Umherlaufen und Forschen schon interessant. Ja, total. Einfach nur im Schnee spazieren gehen. Das ist so schön. Mhm. Das mache ich auch immer, wenn wir Schnee haben und es schneit und so. Ich liebe das. Ich bin da echt, äh, ein bisschen verrückt, wenn ich sehe, es schneit, dann ziehe ich mich an und renne raus und freue mich total und gehe sofort spazieren. Ich bin im Winter auch mehr draußen als, äh, sonst. Tigerforelle. Bingo. Mehr als im Sommer eigentlich sogar. Ja, ich auch. Aber es liegt bei mir daran auf, weil ich den Sommer nicht mag. Ich fühle mich dann immer nicht wohl. Ah. Ich mag jede Jahreszeit. Aber halt nicht zu viel von keiner. Also ich freue mich über den Wechsel halt dann auch. Noch was fürs Bündel. Hi, Ei. Hi, Ei. So, morgen gehe ich dann mal wieder zur Zigeunertante. Morgen ist ja Freitag. Ähm. Heißt der Nachwunder noch Bruch? Was? Hallo, Zeref. Ja. So, warte mal. Die Tigerforelle hatte ich schon. Oh. Oh. Ist ja doof. Ja. Was machst du denn für einen Schmarrn? Für einen Schmarrn? Was machst du für einen Schmarrn? So, einen Schmarrn. Ach, das ist auch ein Barsch. Äh, nein, das wollte ich nicht. Na gut, kann ich verkaufen. Ach, nee, das bringe ich der Abby noch. Ja eben, im Sommer kannst du nicht unendlich Schichten Kleidung anziehen. Das ist irgendwo wahr. Im Winter, wenn dir kalt ist, kannst du immer was überziehen. Mhm. Im Sommer, ne. Ja. Mehr als nackt rumrennen ist keine Option. Die Haut ausziehen. Was ich meine? Keine Ahnung, es gibt immer Vor- und Nachteile, denke ich mir so. Dabei muss ich dann immer an die eine Szene aus Rick and Morty denken. So, where are my personal space? So, ich hab noch ein bisschen Mayo zum Verkaufen. Was mach ich denn jetzt? Es ist erst 8. Aber irgendwie bin ich für heute durch. Ich schmeiß noch ein bisschen was in die. Ich glaub, ich geh schlafen. Ich bin eh total fertig, seh ich grad. Vielleicht noch ganz kurz ins Feuerchen setzen. Was halt toll ist, ein Feuerchen bringt halt im Winter auch ein bisschen mehr als im Sommer, ne? Aber ich mag es nicht. Ich glaub, ich hab gar keinen Kamin. Ich hab nur dumme Notenblöcke. Ne, ich hab gar keinen Kamin. Ich hab nur... Oh, vielleicht kannst du dir einen kaufen. Ja, wenn, dann muss ich erst mal, ne? Geld. Geld. Abby. Abby, ja auch. Aber ich mein, ich hab jetzt den ganzen Winter, um irgendwie 5.000 zusammen zu kratzen. Also es sollte kein Problem sein. Ja. Ähm, was gibt's Neues? Äh. Ich hab ne Katze. Irgendwo hier. Irgendwo hier hab ich ne Katze. Es ist so warm. Immer noch. Bei uns ist hier schön kühl. Gib halt an. Wie geht's? Ich hab ein paar Anweisungen für Lieblingsfisch. Sashimi. Cool, jetzt hab ich Sashimi. Sashimi. Oh Gott, ich will Sushi. Weißt du, ich, ich hab das Gefühl, ich kann hier beide eine eigene Sushi-Bar aufmachen. Hey, wo ist mein ganzes Essen hin? Hä? Ach, das ist im... Ah, ich hab das alles in den Kühlschrank und hab das... Oh. Oh. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Wow. Oh mein Gott. Ich nun schlafen neben dem großen Bär. Ich hab mein Essen nicht verkauft. Ich hab alles in den Kühlschrank gelegt und hab das nicht gepeilt. Wir nun schlafen neben dem großen Bär. Wer? Ich. Wann? Jetzt. So wie ich? Nee, ich hab jetzt... Ich hab eine Bärenstatue bei mir im Zimmer. Ich hab einen riesengroßen Bären aus Plüsch neben meinem Bett. Ich komm mal gucken. Ich hab nicht... Er ist in meiner Küche, also... Oh mein Gott. Okay. Ja, der ist wirklich groß. Den kannst du dir auch holen. Ist eine Belohnung. Und den kann man nicht knuddeln. Ach so. Kannst du dir als Belohnung im Museum holen. Okay. 4.000 haben wir. Mal gucken, ob wir da bei unserer Zigeunerfreundin was machen können. Ich könnte theoretisch auch noch Zeugs verkaufen. Eisenei, Monsaat. Oh, sie hat Rotkohl. Und Rotkohlsaat. Das sollte im Winter ja eigentlich gehen, ne? Eigentlich ja. Und eine Kaffeebohne. Wir haben 37 kmh Wind. Ja, bei uns ist es auch so ähnlich. Ich kauf mal einmal Rotkohl. Und soll ich auch mal ein bisschen Rotkohlsaat kaufen? Ich hab was fürs Bündel. Ach so, ich kann nur einmal Rotkohlsaat kaufen. Pflanzt es mal an. Ja, ich pflanze mal einmal Rotkohl. Den anderen packe ich ins Bündel. Meine Güte, jetzt im Winter kriegen wir hier einiges an Bündeln zusammen. Ja. Ende vom Jahr halt. Oh, ich hätte die Kuh eigentlich Martha und Bertha nennen sollen. Naja. Nächste Kuh. Nächste Kuh. Nicht für diese Jahreszeit. Okay. Den Kohl können wir offenbar doch nicht anpflanzen im Winter. Ah, okay. Okay. So, ich hab Milch. Dachte, was macht dem Ding nix aus? Naja, whatever. Pflanzen wir halt. Vielleicht nur im Gewächshaus. Pflanzen wir den halt im Frühling. Okay. Aber wieso verkaufen die das dann jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hinterfrag Zigeuner nicht. Ich denke immer noch, dass du an der Nordsee wohnst. Unser Wetter ist zu ähnlich. Nee, aber bei uns ist heute auch ein richtig krasser Sturm. Naja, ich wohne halt näher Hamburg nicht. Kannst du nur mal... Ja, du. Das kannst du nur mal so sehen, wie du willst. Aber am Ende des Tages komme ich aus Hamburg. Ja, du kommst aus Hamburg. Nee, aus Hamburg. Aus Hamburg. Aber der Black denkt, ich wohne an der Nordsee. Aber ich wohne nicht an der Nordsee. An der Nordseeküste. Irgendwas ist mit Abby falsch. Warum? Sie hat mir gerade gesagt, dass meine Schuhe sehr sauber aussehen. Und dann... Wollte sie sie essen? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ist die so ein Steinbeißer? War ja jetzt merkwürdig. Also ich wohne nicht an der Nordsee, aber heute ist ein Riesensturm bei uns angekündigt. Normalerweise haben wir eigentlich kaum einen Wind. Lieber Black. Warum haben wir denn da noch Entenfieder? Du wohnst an der Nordsee? Ich dachte, du wohnst in Köln. Also, ich mach jetzt mal das Bündelchen fertig. Schuhfetisch. Deine Schuhe sind aber sauber. Ja. Ist irgendwie merkwürdig. Mhm. Warum sagt sie sowas? Kein normaler Satz eigentlich, ne? So im Vorbeigehen. Oh, deine Schuhe sind aber sauber. Ah. Da. Das ist aber nicht schon irgendwie ein Zeichen des Vernachlässigens, oder? Ich hoffe. Mein... Ich bin doch immer noch... Ich bin... Komm doch immer noch jeden Tag zu ihr. Du bist doch noch heiratswillig. Nur weil ich jetzt keine... Nur weil ich da nicht immer so ein Penner auftaucht. So. Ich hab wieder was reingelegt. Schön. Oh. Wo bekommen wir denn eine Hasenpfote her? Gehe in Ahnung. Okay. Wird langsam mit den Bündeln. Ach, ja. Stimmt. Du hast gesagt, dass du umgezogen bist. Wo ist denn die Abby? Ich hab ein... Ein Edelsteinchen zum Essen für sie. Ich weiß nicht. Jetzt ist sie, glaube ich, rausgegangen. Ich hab da was Leckeres. Mein Komm. Es ist geschmolz. Es ist gefrorener Regen. Wieso kann ich denn das jetzt... nicht tun? Der ist jetzt im Urlaub. Ah, aber den Sam finde ich. Der skatet sogar im Winter. Hardcore, der Dude. Geht halt ein bisschen schlecht, ne? Aber... Oh, ich kann ihm noch ein Geschenk machen. Nicht weg! Weg gehen, Sam. Und er verschwindet von meinen Augen. Oh Mann, hat sich nicht getraut. Ich kaufe mal schnell eine Cola. Bin bei weitem noch nicht fertig eingerichtet. Ja, frag mal. Hier ist der Sam. Und die Abby. Oh, perfekt. Dann kriegt jeder sein Geschenk. Ich sag ja, mich wurmt das gerade, dass ich gegen Ende echt nicht einen Regentag mehr hatte. Ja, voll. Das ist doch echt kacke. Weißt du... Da mache ich schon, gehe ich hier super Turbo Power Ranger Style, um mein Haus abzugraden, damit sie es schön hat und dann kommt kein Regen. Hasenpfoten bekommen wir manchmal, wenn Hasen im Hühnerstall hat. Was? Was? Hasen im Hühnerstall. Das klingt brutal. Wo nehme ich jetzt einen Hasen her, den ich dann in den Hühnerstall setze? Der von deinem Hühnchen gefressen wird. Ja. Das ist brutal, wenn man mal so drüber nachdenkt. Matratze auf dem Boden, Schreibtisch und Rechner aufbauen und fertig oder nicht? Oh nee, bisschen hübscher kann man sich schon machen, denke ich. Gehe ich denn jetzt? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe jetzt noch in die Mine. Okay. Ich bin fit und weiß sonst nicht, was ich machen soll. Hast du schon nach deinen Saaten geschaut? Ja, ja, da ist immer noch nichts wirklich. Oh. Ich meine, wir haben das Ding jetzt erst drei Tage da, also... Ja, hätte es schon sein können, dass man von manchen was sieht. Nee, nicht wirklich. Okay. Hase! Gib mir deine Pfote. Ja! Ich mache ja auch Fußstapfen im hohen Schnee. Niedlich, und das Geräusch dazu. Wenn man den Stall auf Stufe 3 ausgebaut hat, dann kann man bei Marni Hasen kaufen. Wie cool. Ah, okay. Und dann ihnen ihre Pfote abhacken, oder was? Ich weiß, Wahrheit ist brutal, aber... D-Gurke, komm, ich will nochmal einen Tintenfisch. Da kann ich dem Willi geben. Dem Fischficker. Schwert raus, und... Ach, wir sind ja schon bis zum Ende von der Mine. Ja, eben. Die Mine hat ja sein Ende da. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Schau ich mich trotzdem ein bisschen um. Zeug findet man immer noch da, also... Ja. Wo man verkaufen kann. Und Monster. Und Ärzte, und hast du nicht alles gesehen? Gibt's ja immer noch. Ja. Und die Voodoo-Heinis gibt's auch noch. Ja, Voga-Menschen. Furchtbar. Ja, bin ich noch ein bisschen einfach am Abend. Hier, und dann geh ich heim. Ganz gemütlich. Heilboot. Oh, cool. Regenerative Hasen, ja, genau. Was ist das? Ist das eine Kiste? Oh, ja. Thermalstiefel. Oh, wie cool. Nee, wir haben immer noch kein Regentotem. Ich bin immer noch nicht. Sammel-Nevil 9. I can. Kannst du... I can not. Ach, kannst du sogar im Winter Regen beschwören damit. Was? War jetzt meine Frage. Beziehungsweise, wenn... Kann ich das kaufen? Weil wenn, sonst gehe ich das kaufen. Meine Güte. Und opfer irgendwelche Fische dem Regengott oder sowas. Ah, plus eins Verteidigung, plus zwei Immunität. Oh, Mann. Die ich jetzt hab, sind ja viel besser. Gut. Weil wenn ja, sag mir, wo ich das kaufen kann, dann geh ich's kaufen. Ich mein, ich... Heute ist ein guter Angeltag. Stimmt, Angeln wollte ich auch noch ein bisschen üben. Hilfe! Fledermaus! Die brennt. Brennende Fledermaus. Weil wenn ich überlege grad, wer sollte einen Regentotem verkaufen? Vielleicht der... Der komische, der fahrende Händler? Na, da war ich ja. Die hat nichts. Ach her. Da war ich ja heute. Am Freitag, den fünften. Weißer Tummel. Nicht schießen. Ich stell mal ein Tortiers denn her. Ich würd mir gern mal so'n Fischtacko machen. Mh, hört sich lecker an. Nein, kann man es nur herstellen. Dammit. Geh, ein Fisch noch dann. Machen wir ab, Marsch. Ja, ich geh jetzt auch. Guten Fang gemacht heute. Mh, 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 Mh. Mine verlassen. Aber wieder kein Tintenfisch. Also, Mensch. Das ist doof. Das ist doof. Oh, ich wollte ja noch gucken. Ob der Abenteuer die Abenteuergilde noch offen hat. Oh Mann. Immer wenn ich rausgehe und das sehe mit dem Schnee. Aber die hat jetzt nicht mehr offen. Oh, bis zehn. Okay. Na gut. Dann nehm ich mir halt die gute Mine. Nein, ich bin vorbeigelaufen. Okay, dann geh ich einfach. Und das Ding heißt auch nicht Mine, mit dem man fährt. Sabrina doof. Ach, schade. Kann man sich das also nur herstellen. Hm. Und wie ruhig es auch ist, ne? Das ist halt wirklich, wenn es schneit, ist es ja wirklich immer so krass still. Eben. Ich weiß nicht, ich finde, die haben das gut gemacht. Das ist auch richtig gut. Can you feel it? Okay. Äh, wo wollte ich hin? Schlafen, oder? Ja, du hast nämlich noch eine Stunde. Ich bin schon im Bett. Okay. Ich auch. Okay. Sehr gut. Und wann bin ich endlich Level 10 angeln? Ich meine... Stufe 3. Cool. Neues Kochrezept. Mad Cashew. Wurzelplatte. Ich gucke gleich mal bei Joja, ob die irgendwie Tortillas haben. Mhm. Bei Mayonnaise hast du, ne? Ja, Mayonnaise habe ich ganz viel. Okay. Fisch habe ich ganz viel. Ne, vergiss es. Ich habe es verkauft. Scheiße. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Tage und dann gehe ich Abendessen. Okay. Passt das? Ja, okay. Okay. Sehr cool. Ich meine, jetzt können wir ja eh wieder ein bisschen regelmäßiger, also... Ja. Regelmäßig Stadio Berlin. Damit man sich wieder fragen muss, scheiße, was war in der Folge nochmal los? Oh, warte mal, was? Oh, Sam! Hm? Ich habe ein Video und Sam steht bei mir vor der Haustür. Cool. Hi, Eroshi, berate mal, was los ist. Meine Band spielt heute in Zuzu. Triff mich diesen Nachmittag um 16 Uhr an der Bushaltestelle. Dann fahren wir zum Konzert. Du bist hoffentlich mit dabei. Cool. Ich gehe auf ein Konzert heute. Mit Sam! Hm. Äh, Eroshi, war es scheint, als würdest du manchen Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt. Pierre. Also geht es bei dir auch langsam los. Ja! Und dann haben wir noch den Clint mit einer ungewöhnlichen Anfrage und dass ich sie geheim halten soll. Oh, warte. Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Das ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Clint. Okay. Alles klar. Sehr, sehr cool. Um 16 Uhr. Okay, dann brauche ich noch so einen Blumenstrauß vorher gleich. Naja, äh, ich weiß nicht, ob du den da schon brauchst, ob das das Event ist. Ich glaube, das ist denn nur das Acht-Herzen-Event und den Blumenstrauß brauchst du denn für danach. Ach so, okay. Damit schaltest du dann quasi die, äh, die anderen frei. Okay. Ja, gut. Also die anderen beiden Herzen. Dann schaue ich einfach mal. Aber vielleicht kaufe ich den dann trotzdem schon. Wenn er nicht so teuer ist. Und ich die Zeit noch hab. Und ich slash mich dann so. Ne, ich glaube, teuer ist der nicht. Okay. Dafür, dass es nur eine Person gemacht hat, echt Applaus. Immer wieder erstaunlich. Ja. Mhm. Das ist echt. Da gibt's Spiele, da saß ein ganzes Team dran. Die sind viel schlechter. Ja. Ja. Aber da ist einfach so viel Liebe drin irgendwie. Vor allem auch immer, es ist zwar so ein Pixel-Style, aber es sieht trotzdem nice aus. Ja. So Pixel-Spiele ist mein Problem. Ich mochte die ja früher, weil es halt einfach nichts anderes gab. Da war es halt normal. Ähm. Und ich fand's zuerst dann ganz cool, als es dann wieder welche gab, die an früher erinnert haben. Und mittlerweile kann ich's nicht mehr sehen. Es ist dann auf einmal so eine Flut an Pixel-Spielen rausgekommen, dass es irgendwie einfach zu viel wurde. Also, ich weiß nicht. Und früher war ja auch nicht einfach alles nur der gleiche Pixel-Stil, sondern es hatte halt jedes Spiel trotzdem noch seinen eigenen Charakter. Und das ist das, was mir heutzutage bei den meisten Spielen einfach fehlt. Die schauen alle gleich aus. Also auch die guten, großen, die müssen sich nicht mehr so viel Mühe geben, irgendwo den Charakter mit reinzubringen, hab ich das Gefühl. Mhm. Die nehmen alle die gleiche Engine und rotzen das da hin, so ungefähr. Und früher hatten sie das halt nicht. Da mussten sie halt schauen, wie machen wir das, dass es hübsch aussieht, welche Elemente bringen wir mit rein und so. Und alle Spiele sahen irgendwie anders aus. Jetzt, wenn du im Internet schaust, irgendwas aufmachst, eine Zeitschrift oder so und durchblätterst, alles schaut gleich aus irgendwie, finde ich. Ja, doch. Also Kreativität ist mittlerweile echt so eine Sache. Ja. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das wieder besser wird, ehrlich gesagt. Ah, es wird schon. Es wäre schön. Okay, Steinbruch. Bisschen Mühe geben. Nicht einfach den XY-sten Teil von irgendwas bringen, der dann genauso wie da ist. Auf in die Mine. Ein bisschen Zeug holen. Oh, Limley hat gerade keine Milch. Das ist aber schade. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Und was machen wir? Ah ja. Ah ja. Ein bisschen Grün wächst da jetzt raus inzwischen bei dir. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte das Boket trotzdem kaufen. Und Emily will einen Amethyst. Ich bin in der Höhle. Vielleicht finde ich ja einen Amethysten. Hm. Stimmt. Wir haben hier gar keinen. Halt die Augen offen. Cool. Ruhig bei Amethysten sowieso. Because Waifu. Ist wohl nicht mehr wirtschaftlich genug. Jeder benutzt Prefabs, weil es viel bequemer ist. Ja. Das ist halt schon schade. Mhm. Mir fehlt einfach da so in jedem Spiel der eigene Charakter. Das eigene Ding. Das Herz. Das Herz. Das Herz, ja. Bei den meisten. Es ist wirklich inzwischen schlimm geworden. Hoch die Hände, Wochenende. Samstag. Ich hab mir mal den Blumenstrauß gekauft. Jo. Der kostet ja nur 200. Nö, echt okay. Die Rediumbahn. Okay. Ich schmeiß mir mal die ganzen Eier noch raus, die ich dabei habe. Denn zu dem Konzert möchte ich keine Eier mitnehmen. Ich hoffe, es wird ein gutes Konzert. Hier ist es seine Band, macht es? Oder? Ich glaube schon. Ich bewerfe ihn jetzt mit Eiern. Also sei auf das Schlimmste gefasst. Ja. Ja. Die Abby spielt da mit. Was? Oder? Wenn, dann Seal of Sebastian. Okay. Der ist sicher in der Band. Kann man sich eigentlich auch wieder umziehen? Ich finde ja, das Outfit passt gerade gar nicht hier zu dem Winter. Ich hätte lieber einen Mantel an. Obwohl es eigentlich auch ein bisschen aussieht wie ein Mantel, ne? Es verstecken sich immer ein paar kleine mit Charakter dazwischen. Ja. Aber ich spreche einfach gerade mehr von den Großen, was ich halt auch da schade finde. Schade. Schade. Ich sollte, glaube ich, einfach schon zur Bushaltestelle gehen. Das ist ja gleich schon soweit. Ja, es gibt ja jetzt auch eine viel, viel größere Flut an Spielen als früher. Mhm. Das ist ja auch noch. Spiele sind ja auch ein bisschen leichter zu entwickeln heutzutage. Mhm. Als damals. Ja. Ich bin da, aber Sam ist nicht da. Er hat doch gesagt, in der Bushaltestelle. Sonst Reset noch, sonst geh noch mal rein und raus. Ja, mach ich gerade. Ah, jetzt geht's. Gott sei Dank. Wahrscheinlich bei dir. Abby ist auch dabei. Das ist mir ja nicht, ne? Hi, Eroshiva. Danke, dass du gekommen bist. Unser Zeug ist schon verstaut. Dann ist wohl alles bereit. In Ordnung. Auf in den Bus. Ach, ist das süß, dass er da extra vor der Tür stand und gesagt hat, ich soll mitkommen. Ah, eine Schneid. Schluck, ich werde langsam richtig nervös. Oh. Ich hoffe, das war der Bus. Okay, wir sind da. Wünschen mir Glück. Ja, die Abby spielt die Drums. Ah. Hat sie dich nicht eingeladen? Nein. Das ist aber nicht okay. Hallo alle zusammen. Wir sind aus Pelikan und äh, wir heißen Goblinzerstörer. Wie weit sind wir denn gefahren? Hier ist alles grün. Meine Lieblingsband, Goblinzerstörer. Wir sind hier, um Goblins zu zerstören. Oh, voll die gute Musik. Wirklich gar nicht so schlecht. Kann ich rumlaufen? Wo bin ich überhaupt? Irgendwie bin ich nicht da. Wie, du bist nicht da. Ja. Ich kann mit den Leuten irgendwie reden. Da kommt so ein Kästchen. Aber ich kann nicht rumlaufen. Ich stehe da auch nicht. Hm. Ich glaube, ich muss der Band zuhören erst mal. Du musst erst mal ein bisschen Goblinzerstörer hören. Ja. Ich stehe vor Sam. Aber ich kann trotzdem nichts machen. Es ist das Lied zu Ende. Wow. Das war großartig. Der Goblin wurde zerstört. Gute Arbeit, Leute. Ich liebe diesen extremen Breakdown am Ende. Danke ihr alle. Aber der Applaus gebührt eigentlich Eroschieber. Ja. Ohne ihre Hilfe hätten wir uns nie darauf geeinigt, welche Musik wir überhaupt machen sollen. Hast du? Ja. Du bist dann also praktisch das Ehrenmitglied der Band. Oh, und vergesst nicht, eine unserer Demos auf eurem Weg nach draußen mitzunehmen. Nur 10 Gold. Sehr geil. Folgt uns auf Twitter. Ja. Das ist gut gelaufen. Danke, dass du mit uns gekommen bist. Okay. Gebt uns einen Daumen, folgt uns überall und hinterlasst uns doch noch ein Abo. So in etwa, ja. Und jetzt steigen wir aus dem Bus. Aber genau so war der Sam gerade dargestellt. Ach, da bin ich. Ui. Schmeckt man aber gut an den ganzen AAA-Shootern. Kurt Battlefield ändert sich doch auch nur noch die Story, wenn überhaupt, oder? Da ist halt null Herz dahinter und trotzdem kaufen sich das all die Leute. Ja. FIFA ja auch zum Beispiel. Hm. Ich bin drauf und dran, hier gerade in der Höhle zu sterben. Oh Gott. Ich habe gehört, dass das neue FIFA irgendwie eine Story haben soll. Und da lache ich. Das ist doch mal cool. Warum? FIFA und Story, also ich bitte dich. Ich weiß nicht, ich würde das lustig finden. Ich fand das früher auch bei so Need for Speed und sowas immer lustig, wenn die eine Story hatten. Ja, das ist eine Sache. Also ich denke mir schon, dass man das gut machen könnte. Dass man halt dann irgendwie so einen, der halt, keine Ahnung, der arm ist, irgendwo immer alleine Fußball spielt. Und dann spielst du halt da erstmal Fußball mit den anderen Jungs oder so. Und dann geht die Story halt weiter, dass du halt irgendwie, kommt dann einer auf dich zu. Und dann spielst du, so wie Kickers oder so. Das ist ja auch cool. Käpt'n Tsubasa. Ich habe gerade Jungfrauenshow. Was? Was? Ich finde hier jetzt in der Höhle merkwürdige Notizen. Seitdem wir diese Dings haben. Oh, stimmt. Da müsste man nochmal gucken, ja. Und? Meerjungfrauen? Ja, irgendwas mit Meerjungfrauen. FIFA und Story, klar. FIFA ist gleich Kickers. Ja, also so könnte ich es mir vorstellen. Ich habe gleich mehr als Golderz. Jetzt müsste ich, ich gehe schlafen und morgen kriegt er dann die Blumen von mir. Ähm. Boah, ich bin auch auf dem Weg. Ähm. Hat was, aber eigentlich auch. Ne, eigentlich auch nicht schlecht, aber die geht immer nur stückweise. Und dann muss man auf die nächste FIFA warten. Jetzt ernsthaft. Wow. Okay, das ist irgendwie komisch. Nee. Weil das ist ja sowas wie, ja, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann musst du nochmal 60 Euro ausgeben. Das sagen wir dir jetzt nicht. Bring mal ein bisschen Geld in die Kasse. Das, 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 das. Äh. 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 Guck mal, das war ein bisschen, was wir gerade haben. Eher nicht. Ich bin schon im Bett. Ja, ich gehe jetzt auch. Ich bin müde. Ich bin jetzt im Haus. Okay. Bin heute mehrfach fast gestorben. Oh. Ich war auf dem Konzert. Ich war cool. Ich war auf dem Konzert. Da war es grün. Ich glaube, wir sind sehr weit gereist. Neues Session, umwandeln. Was? Umwandeln? Was? Umwandeln? Ich habe jetzt Minenarbeiten-Level abgekriegt. Ah, cool. Was hast du da? Ich kann jetzt irgendwie Gold umwandeln? Warte mal. Was? In was? Ach, ich kann zwei Eisen zu einem Gold machen. Ah, cool. Plumpudding. Die Pflaumen sind blumig und süß und gerade säuerlich genug, um alle deine Geschmacksnerven voll zu aktivieren. Cool. Aktivieren. Plumpudding aktiviert. Ja, so langsam sprießt hier unten was. Ich bin ja mal gespannt. Höhlenkarotte brauche ich dafür. Ah, okay. Oh, wir brauchen eine Speise. Ich muss das alles mal einlagern. Was wir... Dann kann ich so viel kochen. Oh, wer ist denn jetzt da? Pierre. Hallihallo, Eroshiva. So, dein erstes Jahr im Sternentautal ist schon fast vorbei, hm? Und wenn du weiter bei mir dein Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war dann alles. Schönen Tag noch. Oh, cool. Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Pierre Saatgut ist von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Oh, ich gehe doch nicht zum Joja-Markt. Keine Sorge. Gehst du nicht zum Jolo-Markt? Ja, da gehe ich nicht... Da gehe ich ganz sicher nicht hin. Und den Sam muss ich auch noch davon abbringen, da zu arbeiten. Äh, Eroshiva, die Show war in voller Erfolg. Ich wollte mich nur für deine Hilfe bei der Entstehung dieser fantastischen Band bedanken. Ohne dich hätten wir das nie geschafft, Sam. Aber schon ein bisschen dumm. Die müssen doch wissen, welche Musikrichtung sie am liebsten spielen wollen. Ja. Sag du mal. Okay, jetzt bist du das Ehrenmitglied. Aber ich mag doch diese Richtung gar nicht. Egal. Du spielst sie jetzt. Okay. Okay. Wie viel, wenn du das sagst? Wir sind jetzt Goblin-Killer. Ja. Ich finde den Namen, ne? Dieser Name. Ja, super. Ja, super. Goblin-Killer. Ach, morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eiskulpturen und einen Wettbewerb im Eiswischen geben. Oh, was für dich. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Oh, cool. Ich hoffe, dass das denn nicht wieder das Spiel zum Absturzen bringt. Da, das sehen wir dann. Wie letztes Mal. Nächstes Mal. Haha. Ja. Das ist unser Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. So, erstmal zu den Tieren und dann zum Sam. Denn ich muss ihm heute Blumen geben. Ah, da unten wächst ja schon richtig was. Die Kühe schauen glücklich aus. Wobei ich echt sagen muss, ich hätte mich ja echt drauf gefreut, heute den Antrag machen zu können, ne? Ich weiß. Bin ich ganz ehrlich. Du redest ja schon die ganze Zeit davon. Ich, ich, ich hab mich da so drauf gefreut und dann... Oh, und dann regnet's nicht. Alles, was ich davon hab, ist ein Löffel. Und ein Zahnrad. Und eine Küche, ja. Wo ich noch nix mit anfangen kann. Ja. Ich geh mal gleich in die Lähermark. Was soll das etwa heißen? Du wolltest, dass sie darin kocht. Koch doch selber. Das Interessante ist, sie kocht sogar tatsächlich dann. Ach, echt? Ja. Oh, cool. Das gehört dann zu ihren, äh, Dings. Äh, Aufgaben. Naja, äh, zu ihrer Routine. Ah, ach, das ändert sich dann wirklich? Ja, weil die Person wohnt dann ja bei dir und demnach ändern sich auch ihre Routine. Oh, wie cool. Wie, wie, wie lange hat denn der daran gearbeitet an dem Spiel? Irgendwie so krass. Ich kann die ganze Zeit so viel dem Museum spenden, ey. Mhm. So. Aber dann kriegt man immer so komische Geschenke. Ja, aber irgendwann kriegen wir angeblich dafür den Schlüssel für den, äh, für den Kanal. Ach so. So, dass ich das verstanden hab. Ja, dann ist gut, wenn du, wenn du da weiter spendest. Ich war da noch nicht so aktiv. Ich war noch nie im Joja-Markt. Ach, du warst noch gar nicht drin. Nee, ich war noch nie drin. Der ist total steril. Überhaupt nicht schön. Oh mein Gott, ich fühl mich hier, oh Gott. Fresh and cheap, ja, oh Gott. Ich fühl mich hier wie in einem Aldi. Ja. Oh mein Gott. Der Sturm nimmt zu. Hier haut es alles in der Gegend rum. Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Morris. Ja, Morris, you can Morris ride off. Pam, was machst du hier? Ich Pam dir gleich eine. Ja, die Pam kauft da ein. Die seh ich da immer. Ah, die haben hier eh nicht das, was ich will. Also, das ist wie jeder Markt. Scheißmarkt. Ja, lieber zum, zum, wie heißt er? Äh, Pierre. Ja. Zum wilden Willi. Ich brauche... Was brauche ich denn? Ich muss mal demnächst wieder in die unteren Etagen von der Mine. Da ist der Sam. Du willst es ernst da angehen? Geht mir genauso. Oh! Eroshiba ist mit Sam zusammen. Und jetzt rennt er weg. Nö! Nö! Ey, die Kneipe! Erstmal besaufen. Nautilus-Muil. Ich bin irgendwie nervös. Du nicht. Und hat ganz rote Bäckchen. Oh! Jetzt musst du ihn erstmal auf 10 Herzen kriegen. Und dann musst du auch warten, dass es regnet. Ja. Wie im echten Leben. Hey! Prost! Oh Mann! Einmal das Gast während des Eis-Festivals in den Fluss gefallen. Oh Gott! Jo, Mensch! Wir mussten ein großes Feuer in der Kneipe machen, um ihn aufzutauen. Na komm, ein Bier auf unser... Auf unser... Der verkauft noch nichts. Irgendwie bei mir war das ein bisschen romantischer. Weißt du, ich hab sie in der Mine gefunden und all sowas. Und du, wir gehen Bier trinken. Das passt gut, oder? Ja, doch. Und dann rennt er... Also echt... Du bist jetzt mit ihm zusammen. Rennt weg. Und dann rennt er in die Kneipe. Aber wie schnell der Gerannt ist. Echt gut. Ah ja, jetzt sind die zwei Herzchen auch offen. Genau. Und die sind bei dir schon ganz voll mit der Abby, oder wie? Schon seit Herbst. Oh mein Gott. Ich bin also seit Ewigkeiten auf der zweiten Base. Wird schon. Der Sam steht jetzt auch nur noch hier rum und ist so ein bisschen durcheinander. Ich geh mal wieder. Ich glaub, der muss erst mal verkraften. Ja, ich glaub auch. Oh, was hast du gemacht? Also, Schuschi, wenn's nicht in der echten Welt klappt, dann klappt's hier. Nicht mal hier klappt's. Siehst du doch. Naja, du bist mit der Abby zusammen. Nur, dass es mit dem heiraten will, nicht. Ich bin ewig auf der zweiten Base. Weißt du, seitdem wir Winter haben, schneid's fast jeden Tag. Aber einen Tag Regen ist zu viel verlangt. Das zeigt, dass Männer einfacher gestrickt sind. Ich erst mal zur Klippe renne. Ich hol mir mal meine Belohnung ab. Oh mein Gott, das sind so viele schon. Ja, ich hab so ein bisschen was da zusammengekratzt. Ich hab nix zum Spenden. Ich war ja auch nicht in der Mine. Der muss jetzt erst mal verarbeiten, dass er mit einem bekloppten Wesen wie dir zusammen ist. Du, gell? Kannst gleich rausgehen hier. Nö. Kannst gleich da hingehen, wo du herkommst. Genau. Gleich Computer ausmachen. Und dich in den Sturm stellen. Aber dann ist jetzt die Frage, wo krieg ich Tortillas her? Wow. Oh. Die müssen wir vielleicht selber machen. Aus Mehl. Und ich muss wieder... Aus Mais? Maismehl? Ich muss mal in die höheren Höhen gelegen, einfach, damit ich wieder Monsterfleisch kriege. Mhm. Ach, da stehst du. Ich habe Geräusche gehört. Dafür schaffst du auch ein dritte und vierte Bass auf einen Schlag. Ja, das, äh... Ne. Das sehen wir dann, ja. Wahrscheinlich... Bis das zensiert ist? Verpixelt. Bei meinem Glück läuft das wahrscheinlich so. Ich hab endlich diesen... Diese Kette... Ach, was mach ich denn? Ich hab denn endlich diese Kette, weil es nach Äonen endlich mal regnet. Und dann... Und dann sagt sie nein. Ja, dann gehe ich zu ihr, mache ihr einen Antrag und sagt so, nee, ich will lieber Sebastian. Und ich so, Sebastian. War dann zu lange Zeit vorbei. Dann will ich echt anfangen, sein Haus zu nuken. Einen Butler habe ich erst getötet von 30, aha. Butler? Mhm. Was ist denn ein Butler? Er ist der Tunnelgräber. Er untergräbt jeden, aber niemand untergräbt ihn. Oh. Ich guck mal, ob im Steinbruch wieder Steine sind. Also ich glaub, da kommen so dann und wann immer mal neue, aber man muss da... Klippe, Beziehung, Klippe, Beziehung, Klippe, Beziehung. Ach, ich stell mich einfach tot. Hilf bei gefährlichen Tieren auch. Ich bleibe, okay. Mein Gott, wir sind denn alle so mutig. Da kommt wohl jemand nicht aus der Friendzone. Ja. Obwohl, ihr seid ja irgendwie... Ihr seid ja schon zusammen zumindest. Ja, laut. Ihr haltet Händchen und so. Tun wir das? Ich weiß nicht. Den Luxus hätte ich gern mal. Und? Längdorsch. Du kannst mit deinem Finger den Monitor berühren, wenn sie da steht. Wow. Das wäre echt ein neues Level von wegen traurigster Persönlichkeit. Ein bisschen creepy, ja? Ein bisschen. Häschen. Längdorsch. Gibst du mir mal deine Pfote? Gucken. Ich glaube, Längdorsch bin... Ah, hübsch. Arme Sau. Das ist mein Leben. It's my life. Katzenfisch. Katzenfische wäre auch noch nicht gefangen. Okay, aber ich kann den Längdorsch verkaufen dann. So, ein Fisch noch und dann ab dafür. Und dein Bettchen. Ich weiß nicht mal ob... Ich geh mal in mein Zimmer. Ich weiß nicht mal ob die... ...die anderen denn hier einen Antrag machen können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube dafür... Ich glaube, man muss da schon selbst die Initiative ergreifen. Yes. Keine Sorge, die Technik macht Fortschritte. Das ist gut. Wo hast du dir einen Shopit? Ja. Verlorenes Buch. Yay. Oh, eine Obsidian-Vase. Kommt in die Küche. Kommt da immer durch den Tüdel, wenn das schon so spät ist. Weil es noch so hell ist. Das macht den Winter hier so schön. Ja, voll. Ich hab das Bärchen jetzt auch. Und den Stein... Küche. Da, Küche. So. Dann nochmal ganz schnell Kiste. Dö, 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 dö. Okay. Und schlafen. Und schlafen. Geschafft. Level 10 fischen? Immer noch nicht. Meine Güte. Immer noch nicht? Ich bin immer noch nicht Level 10 fischen. Aber ich hab durch die Minenarbeit uns heute einiges an Geld geholt. Aber hast du so viel gefischt? Ja. Oh Mann. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ja. Ich muss essen gehen. Ich hab Hunger. Ich hätt's langsam auch. Du hätt's auch langsam, gell, ja? Waren jetzt auch viereinhalb Stunden. Kommt ja mir mal gar nicht so lange vor, ne? Ne, überhaupt nicht. Stadio Valley. Auf einmal ist es dunkel draußen. Es fliegt. Es geht. Es wird gerade dunkel. So langsam, ja. Es geht. Aber wir müssen ja nochmal den nächsten Tag, damit wir noch speichern. Ja, ich geh in den nächsten Tag, damit es speichert. Und zack nebenbei schon mal für YouTube. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, es hat gespeichert. Ja. Dann geh mal raus. Mhm. Oh. Achso, ja, mich kickt man ja sowieso. Ja, ich hab mich jetzt gekickt. Ich werd ja gar nicht gefragt. Nö. Du hast da raus zu gehen. Schuss, YouTube. Oh ja, aber das Spiel ist so toll. Das Spiel ist echt schön. Ich hab's wirklich vermisst. Ich fand mich jetzt echt gefreut. Endlich. Müssen wir echt jetzt wieder häufiger machen. Auf jeden Fall. Also jetzt, wo ich umgezogen bin, hab ich auch viel, viel bessere Zeiten. Und kann auch außerhalb mal. Also auch mal am Wochenende und am Abend. Ich muss mir trotzdem noch einen Schallschutzvorhang kaufen, weil die Tür echt nicht gut dicht ist. Aber, mei, das erledige ich halt noch. Ja, sowas kommt ja immer mit der Zeit dann. Ja. Naja, wir haben halt so Schiebetüren auch. Und die sind halt echt nicht so dicht. Aber, ja, Schallschutzvorhang ist da, glaub ich, das Sinnvollste, den einfach davor noch zu hängen. Da kann man beides ziehen. Aber ja, ich mach jetzt. Bei euch ist auch ein Sturm, ja. Ich mach jetzt ja auch den Stream aus. Ja, ich auch. War echt schön, aber wieder. Also ich freu mich wieder aufs nächste Mal. Ich freu mich auch. Stardew Valley ist so ein richtiges Chill-Spiel. Du glaubst gar nicht, wie schnell auf einmal die Zeit vergeht. Das merkst du gar nicht. Bei The Evil Within hab ich das Gefühl, ich spiel schon zwei Stunden und ich spiel irgendwie 20 Minuten. 15, keine Ahnung. Ja, sowas ist immer merkwürdig. Ja. Und hier ist es genau umgekehrt. Ich schau immer und denk mir schon, ich müsste doch jetzt schon eine Folge haben. Nein, waren erst 10 Minuten. Waren erst 10? Dreimal gestorben ist 10 Minuten. Ja, so ungefähr. Oh ja. Aber ich werde mutiger. Euch denn noch einen schönen Abend. Morgen mach ich höchstwahrscheinlich streamfrei. Also ja. Bis dahin. Hast du ja auch mal verdient. Ja, guys. Tschüss. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020